Ich hab mir das von dem OBS Ninja nicht gebuckmarkt. Das heißt, ich krieg jetzt garantiert eine neue URL, oder? Ja, kriegst du. Dann gib mir die einfach, weil dann mach ich das einfach noch schnell fertig. Ja, Profi halt. Richtig Profi. Also ich müsste bei dir drin sein, by the way. Ja, okay. Ich hab noch nicht reingeguckt. Ich bin gerade noch dabei. Achso, voll Profi. Also, ja? Naja, schon, ja. Also so ein richtiger Hardware-Spezialist, könnte man sagen, oder? Das wird jetzt den falschen Eindruck hinterlassen, egal was ich jetzt sage, oder? Aha, okay, gut. Ja, 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 ich kann sie schon sehen, Herr RDC. Okay, gut, schön. Warte, ich kann dich noch nicht sehen. Ah, jetzt kann ich dich auch sehen. Das ist ja crazy. Das ist ja richtig crazy, ey. Jetzt sitzen alle vor diesem, es geht gleich los, Bildschirm und fragen sich, warum quatschen die beiden Idioten da jetzt rum? Können die sich nicht muten? Switch Prime ist... Wow, vier Jahre schon, die Zelo. Nee, also Leute sollten ja auch einfach mal so in die, äh, reingucken, in die Regie und einfach mal rausfinden, wie das so hinter der Kamera läuft. Richtig, das hatten wir uns so überlegt, ne? Ja. Das war super, das war super nett eigentlich und alle warten und denken, gleich kommt so ein riesiges Feuerwerk und so ein unfassbar krasser Trailer und dann, dann machen wir das doch nicht. Wir haben uns so viel Mühe mit diesem Trailer gegeben, das glaubst du nicht? Ja, das stimmt halt wirklich. Wir haben so richtig Pauken und Trompeten, wir haben keine Mühen gescheut, um so einen richtig fetten Trailer zu bauen. Ich hätte es jetzt anders angekündigt, wir haben Kosten und Mühen gescheut, hat der schon auf diesen Trailer verzichtet, aber okay, wie du willst. Ach so, oh. Äh, ja, also, äh, die Frage ist ja, äh, wollen wir jetzt reingehen? Wollen wir jetzt schon beginnen? Ich meine, das ist alles Sendezeit, ne? Das stimmt und wir sind schon zwei Minuten late, ne? Wegen wahrscheinlich mir, also, wirst du gleich sagen. Nee, ich schiebe das niemanden in die Schuhe, ich war heute auch schon einmal zu spät. Deswegen schiebe ich das nicht in die Schuhe, das kann halt passieren. Ich meine, du hattest noch eine super wichtige Sache, du musstest noch ganz kurz eine Katze aus dem Baum retten, Alex. Eigentlich habe ich ein Level 60er gelegt und musste mein Gier noch rausbringen. Also, du hast eine Katze gerettet. Ja, ja, könnte man so sagen, ganz wichtig. Zack, du hast eine Katze gerettet und da ist doch die Welt wieder in Ordnung. So, ich würde sagen, wir machen jetzt... Das hat mir jetzt abgesprochen. Wie? Wie wir beginnen? Wir wollten doch eigentlich sowas machen wie, ähm, meine Damen und Herren, niemand hat auf dieses Format gewartet, aber wir machen es trotzdem. Und jetzt sind wir hier. Wir präsentieren Dizzy und, äh, Gimpanse mit Hardcast. Hallo, herzlich willkommen. Sollen wir umschalten? Ja, hab ich. Hab ich gemacht. Das war, das war die beste Anmod EU-West. Mindestens, ja. Mindestens. Wir haben gestern eine Sache festgestellt, die nichts mit Hardware zu tun hat. Sollen wir damit anfangen? Äh, ja, dive gleich rein. Was denn? Trink mal einen Schluck. Ach so, oh. Ja, warte, ich trinke... Oh, verkackt. Ja, warte, okay. Lass uns den gemeinsam Schluck nehmen. Ja, okay. Non-sponsored, aber... Das ist übrigens nicht von Gerold Steiner gesponsert hier. Aber ich wäre nicht abgeneigt, würde ich sagen. Nee, also, ich sehe schon Potenzial fürs Gerold Steiner Placement. Ja. Einfach, weil wir jetzt zwei Stunden so richtig hart durchreden. Ja, das Problem ist, meine Flasche ist gleich schon leer. Ich habe extra noch eine halbe hier und dann habe ich auch noch eine Cola für den Fall der Fälle. Ja, ich weiß ja, dass einer von... Beide, also eigentlich reden wir ja beide sehr viel am Stück, ne? Ja. Ich glaube, ich werde dann diesen Moment nutzen und das einmal ganz kurz in meine Küche hechten, ja? Jetzt gleich am Anfang, oder was? Nein, natürlich nicht. Das wäre ja... Das wäre nicht cool. Das wäre... Ich habe dich übrigens in den Squadstream eingeladen. Das ist vielleicht einfacher für die Leute, eventuell, damit sie wissen, wer da jetzt mit drin ist. Ey, wie so ein richtiger Profi, ne? Ja, kannst du mal sehen, Alex. Ich habe mir ja was dabei gedacht, als ich dich gefragt habe, ob wir das machen wollen. Sonst muss ich immer hinter solchen Leuten herlaufen und so, ja, sollen wir einen Squadstream machen? Ah, nee, bringt ja eh nichts. Und den anderen können wir nicht einladen, der ist ja nur Affiliate. Also, Freunde der Sonne, ich mache einfach kurz die Intro fix mal. Also, ich bin auf den guten Alex zugegangen und habe ihn gefragt, ob er Lust hat, sich mit mir ein bisschen zu unterhalten, weil mir so dieses Podcast-Quatschending irgendwo gefehlt hat mit anderen Menschen. Und ich habe mir gedacht, warum unterhalten wir uns nicht einfach mal über das Schönste, was es gibt? Hardware. Und dann habe ich Alex angerufen und ich sagte, Alex, mein Guder, du baust ja auch mal so ein bisschen rum mit deinen Joint-Kameras und hast ja hier das ein oder andere schon mal ausprobiert in deinem Leben. Und da kam schon die erste Sache, worüber wir wahrscheinlich später nochmal reden, die er mir gesteckt hat und ich ganz empört war. Und wir haben uns dazu entschlossen, den Hardcast ins Leben zu rufen, was ihr jetzt gerade seht, mit da drüben Gympanze. Danke. Und auf der anderen Seite Dizzy. Geil. Und wir haben überlegt, was wir großartig jetzt machen. Und wir haben beide sehr, 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 sehr viel Hardware zu Hause stehen und ausprobiert in unserem Leben. Du hast auch viel. Erzähl nicht so einen Quatsch, guck nicht so doof. Und wir haben uns überlegt, dass wir mal so auf Dinge eingehen, die mit Stream zu tun haben. Also sei es von Single-PC, Dual-PC bis hin zu Kameras, bis zu irgendwelchen fancy Apps, die es gibt, bis hin zu, ja, weiß der Geier, was wir alles. Was wir alles so finden. Also wir haben gestern zum Beispiel uns ganz kurz unterhalten. Alex, erzähl mal ganz kurz, was wir gestern eigentlich machen wollten in fünf Minuten. Wir haben uns verabredet, dass wir eben kurz die Sachen einstellen und eine Stunde später saßen wir da und hatten schon irgendwie gefühlt zehn Themen für zehn Folgen. Also relax. Es könnte länger dauern. Es könnte weniger dauern. Ja, es ist irgendwie witzig. Also man kann sich haben, mit manchen Leuten, da hast du keinen Lust, dich über Hardware zu unterhalten. Aber mit anderen Leuten bist du, du kommst dann von, wie sagt man so schön, von Höckschen auf Stöckschen. Und ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren. Was ist ein Höckschen und Stöckschen? Kennst du es nicht? Das ist ja, also in meiner Region ist das hier so ein Begriff für, du kommst von, keine Ahnung, von Kleinigkeiten auf die nächsten Kleinigkeiten. Ja, okay, das habe ich verstanden. Aber was sind Höckschen und Stöckschen? Also Stöckchen hast du gesagt, ne? Höckschen und Stöckschen. Von Höckschen auf Stöckschen. Ach so. Du kennst das nicht, ne? Nee. Ja, okay. Sag mir das Sprichwort. Aber vielleicht ist das ja auch regional. Das wird wahrscheinlich so ein regionales Ding sein, so, ne? Wahrscheinlich. Ganz klar. Das stimmt schon, ja, das stimmt schon. Ja, aber wir haben uns im Vorgespräch natürlich so unsere Gedanken gemacht, was kann man machen, was kann man nicht machen. Und ich finde, das sollte nicht so ein typisches, wir sagen das und das ist richtig Ding sein, sondern das ist mehr so dieses, wir haben diese Erfahrung gemacht und wir geben die weiter mit Rückfragen und so, das volle Programm. Und das soll nicht so von oben herab, wir wissen alles und wir wissen alles besser sein. Das ist mir ganz wichtig, da habe ich keinen Bock drauf. Also, ich respektiere jeden, der Tutorials macht und finde das auch sehr cool, wie viele Menschen es mittlerweile gibt, die zu OBS speziell und auch zum Thema Streaming auf YouTube und auf Twitch unterwegs sind. Und das finde ich mega cool, aber unser Format muss sich ja ein bisschen unterscheiden, sonst wären wir ja komplett obsolet. Also, sollen wir uns mit Vornamen ansprechen oder mit Nicknamen? Wie ist es dir denn lieber? Ich reagiere mittlerweile auf alles, das ist so das Problem. Also, ich sage gern Alex. Ich sage gern Nils. Nennt dich einer Axel eigentlich? Das hat schon mal jemand gemacht, aber ich habe mich nicht angesprochen gefühlt. Okay, weil nämlich ein Kumpel von mir hieß Alex und der wollte mal Axel angesprochen werden, weil der Axel besser fand. Warum auch immer, weiß ich nicht. Aber mir ist auch Alex, für dich finde ich besser, ja. Ja, also diese Phase, die du gerade beschreibst, die habe ich in meinem Kindergarten auch gehabt, ne? Ich wollte, ohne Scheiß, ich wollte früher echt Bernd heißen. Und jetzt stell dir mal vor, das hätten die gemacht. Bernd? Also, ja, ist kein schlimmer Name, aber ich meine, das Brot? Och, come on. Ich meine, Brot kann sexy sein. Überleg mal, schöne Zwiebelbrot? Ja, schon, aber willst du? Ja, nee, ist das okay. Wir schweifen gerade schon wieder so ein bisschen ab. Hallo! Ja, aber jetzt, Alex, stell dich doch mal einfach ganz kurz vor, weil bei mir vielleicht der eine oder andere kennt dich nicht. Erzähl mal einen Schlag von dir aus der Jugend. Wir hatten das alles angefangen. Ich wollte das gerade bei dir einleiten und diesen Schuh erstmal in deine Richtung schieben. Okay. Aber kann ich natürlich gerne machen. Wir spulen zurück. Nein, 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 nein. Wow, jetzt reden wir schon über Plugins, oder was? Oh, okay, okay. Ja, dann willst du jetzt, oder soll ich anfangen? Ich kann gerne anfangen. Ja, jetzt fang an, Alex, los. Ja, warte, wir machen das anders. Wann hast du deinen Twitch-YouTube-Account erstellt? Erstellt? Ja. Äh, also ich glaube, Twitch gleich in dem Jahr, als Twitch begonnen hat. Wann hat Twitch denn aufgemacht? Wie alt? 2009. Wie alt ist Twitch? Äh, 2011. Ja, seit 2011 ist der. Okay, dann ist dein Account älter. Du darfst bestimmen. Du kannst jetzt sagen, okay, Alex, fang an. Stell dich nicht so an. Dann mach ich das. Bin ich jetzt über der Ältere? Also dein Account ist älter. Ich bin älter als du, also... Ach, Mann, ey. 2000... Also pass auf, Alex. Ich möchte dir die Show nicht stehlen und bin auch immer gerne, steh hinten an und gebe anderen gerne das Rampenlicht. Bitte, Alex, fang an. Hallo, ich bin's, der Alex. Ich streame hier auf Twitch und das schon seit 2000, ich weiß nicht genau wie lange, aber die Accounts hab ich 2012 erstellt. Und früher hab ich hauptsächlich so YouTube-Zeug gemacht. Das war ganz cool und so, aber irgendwie war das nicht so erfüllend und naja, ne? War auch sehr inselbelastig. Also man hat nur diese eine Sache gemacht. Nee, ohne Scheiß. Ich hab quasi mit YouTube angefangen und hatte da so meinen ersten Steps in den Battlefield-Bereichen. Also ich hab früher quasi nur Battlefield gespielt, nichts anderes. Und ja, ohne das jetzt irgendwie zu sehr ausatmen zu lassen, Streaming ging damals halt sehr schwierig oder gar nicht, weil die technischen Möglichkeiten nicht da waren. Also sowohl vom Coding her als auch von dem Upload, ne? Also Thema Internet Deutschland. Also mein Upload damals bei YouTube waren wirklich 0,9 Mbit. Das heißt, man konnte wirklich mit 900 Kilowits senden. Einen richtig coolen 360p-Stream hätte man damit machen können. Gerade für schnelle Shooter ist das halt optimal. Du brauchst nicht mehr, ne? Das ist irgendwie wie die Auszeige mit, niemand wird mehr als 62 Kilowits brauchen. Naja, aber ist egal. Ja, und dann hat sich das so ein bisschen in verschiedene Richtungen entwickelt und ich bin dann hängen geblieben beim Thema Streaming. Hab dann so meine anderen Einkommensquellen oder meine anderen Tätigkeiten immer weiter runtergefahren zu dem Zeitpunkt, als das mit Streaming für mich ein bisschen lukrativer wurde. Und jetzt mache ich seit ein paar Jahren das hier Fulltime. Und witzig. Ja, das ist so die ganz Kurzform. Wir können ja später noch über Einzelheiten sprechen. Du machst das aber wirklich kurz, ne? Du willst die zwei Stunden auch wirklich rapido alles voll, ne? Alles rein. Nein, 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 nein. Ich warte ja, also wenn du jetzt eine Rückfrage hättest, wie war denn das so? Dann würde ich gerne viel erzählen. Aber ich möchte vermeiden, dass ich wieder so meine Monologe halte und im Chat dann so, hm, okay. Das gehört auch dazu, das gehört auch dazu. Aber du hast ja, also als du mit YouTube angefangen hast und wirklich nur ein Game gemacht hast, wie war denn so der Upload mit eins? So eine ganze Nacht lief schon durch, oder? Ja, ja, klar, klar. Also wenn du mal eine richtig lange Folge hattest, dann war nichts anderes mehr, ne? Dann hast du das halt nachts angestoßen und das lief dann halt Stunden. So, also wenn es wirklich mal eine sehr, sehr, also lange Formate habe ich halt damals jetzt nicht gemacht. Aber viel witziger war, zu dem Zeitpunkt habe ich halt meine Videos noch unter Linux geschnitten mit dem Tool oder mit dem Movie-Tool Kdenlive, KDNlive. Und ich habe das nur irgendwann nicht mehr gemacht, weil irgendwas hatte sich dann bei dem Codec zum Aufnehmen irgendwie geändert. Die waren irgendwie nicht mehr kompatibel. Irgendwann konnte ich die Sachen nicht mehr von Windows aufnehmen und ich habe das tausendmal neu installiert und ich habe es ums Verrecken nicht mehr hingekriegt. Nur deshalb bin ich dann komplett zu Windows gewechselt, so zu der Zeit. Das war schon witzig. Hast du denn auch auf Linux gespielt damals? Bevor ich mit YouTube angefangen habe, ja. Ich habe eine sehr lange Zeit, also was heißt, ich habe eine lange Zeit, war das Real-Life-Ding irgendwo wichtiger und da habe ich quasi dann, bin ich so in die Linux-Richtung abgedriftet. Aber nicht so extrem. Also wir reden jetzt hier schon über ein bisschen Debian, so ein bisschen Ubuntu, etc. Aber jetzt nicht so, ich habe kein Arch Linux oder was selber aufgesetzt. Das war mir dann auch ein bisschen zu nerdig. Was? Das war dir zu nerdig? Nein, das nicht. Real-Life war mir wichtiger, aber mit Linux habe ich auf jeden Fall Spaß gehabt. Nein, pass auf, das sind eigentlich zwei verschiedene Themen. Eigentlich ist das Ding so, dass du natürlich, und das wirst du ja auch schon oft bei Zuschauern von dir festgestellt haben, bis zu einem gewissen Grad, wenn man zur Schule geht, Studium macht, Ausbildung macht oder sowas, da bist du hochgradig interessiert zu allen Dingen, die mit dem Internet zu tun haben. Aber dann kommt irgendwann so dieser Part, dass Real-Life natürlich für dich einen größeren Stellenwert einnimmt, man hat so die ersten ernstzunehmende Beziehungen oder sowas, du wirst vielleicht in deinem Job befördert oder hast eine feste Stelle und dann schlägst dir nicht mehr die Nächte so um die Ohren und das war bei mir auch so. So und in der Zeit habe ich halt meine PCs nicht mehr geupgradet und immer meine ganze Kohle da reingesteckt, sondern ich bin mehr rausgegangen, habe Party gemacht. Und das hat sich ein paar Jahre durchgezogen und als ich dann wieder angefangen habe, habe ich natürlich wieder ein bisschen gezockt, dies, das, aber das war noch weit vor der YouTube-Zeit. Dann bin ich abgebogen in den, naja, Linux ist eigentlich cooler, so vom Betriebssystem her als Windows und kann eigentlich viel coolere Sachen und viel bessere Sachen, aber das Thema Zocken ist halt ein Problem. Das geht zwar und es gibt auch tausend Möglichkeiten mittlerweile und da gab es auch damals, aber du konntest halt damals keine Mainstream-Titel großartig auf Linux spielen. Mit ein paar wenigen Ausnahmen und, na, ist ja auch jetzt egal, aber am Ende des Tages bin ich eigentlich nur wieder zurück zu Windows gekrochen gekommen, weil es halt eben die Titel, die ich da spielen wollte, eben mit Linux gar nicht ging oder halt nur mit Virtualisierung, was damals noch komplett in den Kinderschuhen war, würde ich sagen. Zumindest was so angeht, ja. Abgefahren? Ja, ja, schon, schon. Ich sehe Linux auch öfters mal, wenn ein Mod bei mir mit remote auf dem Dings kommt und dann die Command-Zeilen reinklackert und ich immer so denke, mhm, alles klar, okay, gut. Ja, aber das ist halt die effizienteste Form, ne? Ja, also ich finde das auch immer bemerkenswert, wenn ich das sehe, ähm, also ich habe ja hier ein, zwei Raspberry Pis rumstehen und ich hatte früher auch so einen Router, der so ein bisschen in die Richtung, wo was ging und dann tackern die da in den Command-Zeilen rum. Ich denke mir so, mhm, alles klar, ja, gut, gut, mach ruhig und dann enter, enter, und ja, gut, läuft alles, mach das, was du willst, frisst keine Ressourcen, kannst du quasi auf dem Dildo laufen lassen und dann, okay, gut, läuft. Hab ich aber, war ich noch nie so wirklich verstanden, also ich tue mich damit in der Weile echt schon schwer mit, mit solchen Sachen, aber hey, fancy, wusste ich gar nicht, dass du so da, äh, so damit angefangen hast. Was hast du denn für ein Rechner gehabt am Anfang, wenn wir das so als abschließende Frage dazu, zu der Vorstellung, was hast du denn damals für eine Schüssel gehabt? Ja, das war damals so dieses Vorstellung, das haben wir uns gestern ja auch schon überlegt, so, ne? Ich weiß, also, ich weiß ums Verrecken nicht mehr, was ich genau hatte, also ich wüsste wirklich nicht mehr, was es für ein PC war im Sinne von CPU und Grafikkarte. Aber, zu der YouTube-Anfangzeit glaube ich, dass es ein PC mit einer 580 oder sowas drin war, ne? Also, so roundabout, so 570, 580, irgendwie sowas muss das gewesen sein, weil ich weiß, dass als das so ein bisschen größer wurde und ich dann auch Bock hatte, so die nächstgrößere Kiste zu kaufen, hab ich mir, ähm, von Palit eine GTX 780 gekauft und das war für mich ein Quantensprung. Also, vorher die Kiste, das war okay und dann hab ich eine GTX 780 gehabt und das Ding hatte einfach nur unfassbar Power. Also, zum Zocken war das der Hammer. Ja. So, und dann gab's auch schon die ersten Streams. Ich glaube, mit der GTX 87 gab's die dann. Aber nicht viele, weil, ne, wie gesagt, Technik war scheiße vom Upload her. Ja gut, mit 900 kannst du ja nicht viel machen. Nicht viel. Die nächste Internetleitung hatte dann 2,2 Mbit-Upstream. Das war toll, yeah! Da lief YouTube gleich dreimal so schnell. Du wirst, also, das ist ein Riesenunterschied, ob du mit 900 Kilogramm hochlädst oder mit 2100 irgendwie so roundabout, ne? Ich weiß, ich weiß. Kann ich auch gleich kurz erzählen dann von den Anfängen. Also, ich grätsch einfach rein und mach einfach das Fix. Wie war denn das bei dir, Nils? Erzähl mal. Boah, bei mir war das ja richtig fancy. Ich hab ja, äh, 2013 hab ich mein Studium, äh, fertig gemacht und ich hab vorher mal ganz viel Battlefield gespielt und, äh, äh, irgendwann haben mich dann aus anderen Streams bei Kravitz, äh, damals, den kennst du, glaub ich, auch noch, Peter, ne? Der war vorhin sogar bei mir im Stream und wo du gerade sagst, ich hab mein Studium fertig gemacht, ich fand das damals ultra spannend, was du studiert hattest. Ja, ich hab, äh, Kartografie studiert. Ich bin Diplom-Ingenieur für Kartografie. Manchmal denkt man zwar nicht, dass ich, äh, einen Diplomabschluss hab, aber yes, ich hab ein Diplom in der Tasche. Und, ähm, ich hatte damals, äh, da haben mich dann ein, zwei Leute gefragt, ob ich streamen könnte und ich hab auch in der Tat mit einer 16.000er Leitung angefangen zu streamen und hab, äh, Adobe Premiere angeschmissen und, äh, hab für Kravitz damals ein Flag-Movie geschnitten. Und das war 2013, so in dem Dreh und, äh, ich hatte damals ein 3560K, also ein i5, äh, 6 Gigabyte, ne, 8 Gigabyte Arbeitsspeicher oder sowas in dem Dreh, war nicht so viel und ne 5000, ne, ne, 5, äh, ne 5070, ne, 570, 570, 570 Amp von Sotac. Hab ich mir nämlich extra für Battlefield gekauft und dann hab ich meine allererste SSD von Corsair damals gehabt mit 120 Gigabyte. Hab ich heute übrigens noch verbaut. Funktioniert heute noch. Seit... Gib mir auch so. 2013 oder so. Und dann hab ich da Battlefield drauf installiert. Und dann war die Platte voll. Hahaha. Ja, es kommt ein neuer DLC raus. Ach, scheiße. Ja, scheiße. Scheiße, muss ich das andere Battlefield 4 wieder runterholen. Fuck, ey. Ähm, ja, und dann hab ich, glaub ich, im November 2013 hab ich angefangen zu streamen und, äh, ja, ab dann ging's dann los mit, mit so Content. Da hab ich auch ne neue Leitung gekriegt, da hatte ich dann, äh, 50.000er mit 10, äh, Upload von, von 1 und 1. Lief eigentlich auch immer ganz gut. Und, äh, ab dann war's dann wild. Also, ich hab so mit, mit, äh, YouTube nie wirklich so viel, äh, was am Hut gehabt. Ich hab immer gleich am Anfang angefangen zu streamen, so. Und dann bin ich in DayZ reingehuscht und seitdem, naja, der Rest ist History, ne? Und dann kam... Ich muss grad eben, ich muss grad eben reingrätschen. Ja. Es triggert mich nach wie vor, wenn Menschen sagen, ne 16.000er Leitung oder irgendwie sowas, ne? Also, es, natürlich kann man das so sagen, es hat sich eingebürgert, sogar Provider haben so Werbung gemacht, ne, dass sie sowas anbieten, so in der Richtung. Aber ich hab damals meine, meine Freunde immer komplett lang gemacht, wenn sie mir sowas gesagt haben. Ich sag, was hast du? Das ist eine 16M-Mitleitung. Und was heißt das? Nix, weil du ja nicht weißt, was ankommt und was hochgeht. So, ne? Und dann kamen immer so die Fragezeichen bei mir gegenüber und dachte ich so, ja, alles klar, okay. Ja, du hast eine 16.000er Leitung, erzähl mal, läuft gut. 16K, 16K. Ja, das hatte ich, damit hab ich angefangen, ja. Ich kann mich übrigens an alle Hardware-Schritte noch erinnern. Du auch noch? Grob, da wurde viel gewechselt. Es gab ab und zu später dann auch Sponsorings. Ich hab ja damals bei Commander Krieger so ein Promotion-Projekt mitgemacht. Und das nannte sich das Padawan-Projekt. Und damals hatte Commander Krieger, also, wenn man das so ausdrückt, das kommt immer so herablassend drüber. Aber ich mein das total, also ich mag Krieger immer noch sehr gerne und wir haben uns nie gestritten oder irgendwie sowas, in solchen Bereichen auch nie. Aber zu der Zeit war das schon so ein bisschen nach seinem großen Hype. So, also er hatte noch Traffic, er hatte noch viele Klicks auf seinen Videos, aber das war halt nicht mehr so ein richtiger Knaller, ne? Aber wenn Krieger zu der Zeit live gegangen ist und er hatte auch nicht gerade so die beste Internetleitung und die beste Qualität dann damit, ne? Dem haben auf Twitch locker dreieinhalbtausend Leute zugeschaut. Echt? Wie? Ja. Ja, ich durfte ja auch auf seinem Channel dann streamen, aber mit 0,9 Mbit. Ich hab sogar mal Crysis mit 0,9 Mbit upstream gestreamt. Kannst dir vorstellen, wie das ausgesehen hat? Ja, supi auf jeden Fall. Preset, Preset, Megalo, glaub ich. Preset ultra, ultra, ultra fast, ja? Und dann gib ihm. Ich weiß noch, dass ich bei meinen allerersten Streams, da hab ich, ich wusste ja nicht, was ich sagen soll. Ich hatte keine Facecam, ich hatte keine Overlays, nur das Gameplay. Und dann hat irgendeiner in den Chat geschrieben, du kannst schon mit uns reden. Und ich so, äh, ja, schon, äh, aber ich will ja hier grad spielen, ne? Und es gucken halt 3000 Leute grad zu, so. Das war, das war ultra krass. Das kann ich, da kann ich mich auch noch sehr, 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 sehr gut dran erinnern. Die, die ersten Gehversuche, äh, nur, nur alles auf DayZ eingestellt, war es damals. Also alle Presets eingestellt, den Codec, so, dass das einigermaßen funktioniert. Also hier, äh, das Plicht hat vom, 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 äh, X264. Ja. Und, äh, oh, und es geht nichts anderes gegen, nur DayZ. Also jedes andere Spiel hättest du nicht spielen können, der Rechner wäre explodiert. Der Rechner wäre explodiert, nix wäre gegangen. Aber das finde ich witzig, dass du dich mit den, mit diesen Preset-Einstellungen, das ist ja auch quasi eine Kommandozeile, die du dahinter schreibst, ne? Dass du dich damit sagst, ja, das, das habe, da habe ich mich reingefuchst, das habe ich verstanden. Aber dann zu den, zu dem Terminal unter Linux halt irgendwie sagen würdest du, so, ja, das check ich irgendwie nicht. Ja gut, also checken schon, was, was die, aber das ist halt sehr komplex. Also finde ich persönlich, von einem zum anderen Befehl hangeln und was, was tut so. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Aber um da auf die Frage zurückzukommen, ob ich mich an alle Schritte erinnern kann, ich weiß noch ungefähr, welche Grafiken das waren. Naja, also von der 5 irgendwas ging es auf die 780, von der ging es auf die 900, 980, dann auf die 1080, ich hatte nie eine TI bis zu dem Zeitpunkt, das hat mich immer geärgert. Ne, also, ja, also was heißt geärgert, nicht, aber das war dann halt so, fuck, du hast wieder nicht die größte Ausbaustufe. Und, ja, von der 1080 ging es dann auf die 2080 TI und von daher jetzt auf die 3080. Also es sind gar nicht so viele Sprünge. Ich habe auch die 89 jetzt Anfang des Jahres erst verkauft, beziehungsweise vor ein paar Monaten erst. Und die 1080 hatte ich, glaube ich, mit am längsten im System drin. So, also, wo man hätte sagen können, ja, es würde sich jetzt schon ein Upgrade lohnen, beispielsweise auf eine 20er, 2070 oder irgendwie sowas. Aber da hatte ich dann auch wieder Schwein, dass ich ein Placement machen konnte mit EA zusammen, mit NVIDIA und EA zusammen, dass ich sogar die Grafikkarte gesponsert bekommen habe. Oh nein. Bis zu dem, das war wirklich, das war auch so ein fettes Sponsoring, wo du dir dann denkst so, okay, ja, klar, ich habe Bock, ne? Also, es ging um Battlefield, es ging um die Grafikkarte und ich habe auch auf dem NVIDIA-Channel zu dem Zeitpunkt nicht mehr gestreamt, denn das hat der NVIDIA dann eingestellt, das haben wir ja eine Zeit lang gemacht. Aber da können wir noch ein anderes Mal drüber reden, weil das Witzige ist ja auch, wenn du jetzt mit Menschen zu tun hast, die Streaming so ein paar Wochen oder so ein paar Monate halt irgendwie machen und dich dann ansprechen, so von wegen so, wie kommt das eigentlich, dass irgendwie Firma XY bei Twitter auf dich reagiert oder sowas, ne? Ja. Dann sage ich, ich kenne die Leute teilweise schon seit fünf, sechs Jahren. Man kennt sich über irgendwelche Messen, Veranstaltungen oder man hat mal irgendwie bei irgendeinem Event mitgemacht und man ist sich da nicht so ganz doof aufgefallen, sage ich jetzt mal, gibt's ja auch. Dann ist das irgendwie nicht ungewöhnlich, dass man da so Connections in Anführungszeichen hat. Und das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwo anrufe und sage so, ey, schick mal einen neuen PC, ich brauch was, ne? Nicht? Ich bin nicht Monte, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Nee, bei mir geht das auch nicht. Das Ding bei Monte ist ja, wie war das, der Füllstand von seiner Wasserkühlung war zu niedrig und er hätte es nur auffüllen brauchen und er hat sich dann aber gesagt, er hat eben Bock auf einen neuen PC und hat sich dann einen neuen PC sponsern lassen. Ja. Wie geil. Ja gut, also mit der Reichweite kannst du das auf jeden Fall machen, ja. Ja, mit der Reichweite und mit dem Werbepartner halt auch, ne? Die sehen ja, was sie daran haben. Je mehr Zeug bei dem halt steht, was für ihn spricht, also was für die Firma spricht, desto geiler ist das. Aber ja, und in Bezug auf Chipsets und CPUs weiß ich es echt nicht. Ich habe mit dem Ryzen 7 2700X das erste Mal wieder zu einem AMD-System den Sprung zurückgemacht und davor war ich halt komplett inter. Da war ich auch so ein bisschen vorbelastet, weil wir mit Servern zu tun hatten, die auf Intel liefen und witzigerweise liefen zu meiner Linux-Zeit, obwohl es von AMD immer offene Treiber gab oder zumindest sehr gut nutzbare Treiber gab, lief das bei mir mit AMD irgendwie gar nicht. Und deshalb bin ich damals wieder zu Nvidia gegangen mit der Grafikkarte, aber bei CPUs komplett nur auf Intel. Und das war für mich so Dream Team, das war die beste Kombination. Und ich finde es super schade, dass Intel sich jetzt so die letzten Jahre quasi den Gaming-Karren so vor die Wand fährt und einfach nur sagt, ja, wir sind immer noch die Schnellsten, aber Preis-Leistung-Effizienz und immer wieder so das Abschneiden von allen möglichen Sachen, wie wenn du nicht das größte Chipsatz hast, dann kannst du gar nicht overclocken richtig, ob es Speicher ist oder was auch immer. Das ist Bullshit, das ist richtig dumm. Das finde ich auch sehr schade und traurig. Ja, die lassen sich gerade ein bisschen gehen auf jeden Fall, ja. Ja. Das dauert noch ein bisschen. Vielleicht, vielleicht. Ja. Also, wenn man sich so diese News und so Szeneleute anhört, die sagen halt einfach, Intel kann auf den Markt quasi, den kannst du drauf verzichten, weil die machen halt mit mobilen Geräten, also Laptops etc. machen die halt ihr Geschäft. Ja. Und Server natürlich auch. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie du gerade, ja, ich hatte den 3950, bla, so, das wüsste ich nicht mehr. Ha! Ja, also, ich mache Kurzfassung. Also, ich habe von der 560 AMP, habe ich damals noch, schöne Grüße an Snudzi, ähm, nee, die CPU habe ich gewechselt, schöne Grüße an Snudzi, habe ich mir einen, ähm, einen Xenon gekauft, einen E5. Das war meine erste große CPU, da konnte man dann auch schon mal ein Medium streamen, ohne dass der Rechner explodiert ist. Und dann hatte ich aber auch immer noch eine, äh, eine 570 AMP drinne von Sotax, dann habe ich mir eine 760 AMP gekauft. Habe ich gesagt, reicht, braucht nichts Größeres. Dann habe ich irgendwann einen Pfeil im Kopf gekriegt, weil ich, äh, in 2014, zu Weihnachten hat das so geklingelt in der Kasse, habe ich mir einen zweiten Computer hingestellt. Und ab dann ging es schon los. Da war dann schon, ei, 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 da wurde es wild. Da habe ich mir einen 4790, habe ich mir gekauft. Weiß ihn noch ganz genau. Und den 4790, das war mein Gaming-PC, und den, äh, den Xenon habe ich dann in den Streaming-PC reingedonnert und hatte da immer noch die 760, äh, von, von Sotax, die AMP. Und von dort an, ah, da wurde es wild dann. Da wurde es irgendwann, da wurde, da, da kam dann AMD schon so langsam ein Spiel. Ich habe aber irgendwann nochmal, so richtig crazy, wie ich bin, habe ich mir den, wie hieß denn der nochmal? Du weißt das bestimmt, Jim, äh, Alex. Der, der ganz große von Intel damals für 2000 Flocken mit 10 Kerne. 6.950 X habe ich mir gekauft. Den hatte ich auch. Ja. Ach, hattest du auch, ja? Den hatte ich auch, ja. Ja, ich musste unbedingt. Der hatte Neupreis bei Einführung 1.700 Euro. Das ist ganz am Anfang wahrscheinlich sogar noch mehr. Und, ähm, ja, das gibt da eine nicht so lustige Geschichte dazu, die ich mal erzählt habe, die nie im Stream passiert ist. Ähm, der PC. Und das war auch ein dicker Sponsoring bei mir. Das klingt jetzt so, als ob ich alles gesponsert kriege, aber das ist Quatsch. Also, das, die wichtig dicken Sponsorings kann man bei mir, glaube ich, mit einer Hand abzählen. So, ne? Ähm, da war, das ist auch so, durch so ein, am richtigen Ort, am richtigen, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein gewesen. Da war ich auf einem Event, äh, hab mit ein paar Leuten von Asus gesprochen und das war ein Nvidia-Event, ja. Und dann kam dann irgendwie ein halbes, dreiviertel, ganzes Jahr später raus, dass ich, ähm, ja, dass ich halt, äh, diesen Zehnkerner, äh, gesponsert bekomme mit einem neuen Board von, von, ähm, von Asus damals. Ähm, und Nvidia hatte das Ganze so ein bisschen eingetütet, so, so in diese Richtung. Und es sollte halt ein großer Stream-PC werden. Wie gesagt, Zehnkerner und damit konntest du schon echt was reißen. Ich weiß noch, dass du den damals als Wasserkühlung laufen hattest. Mhm. Ich nicht. Ich hab das komplett alles in der Luft gekühlt. Einen großen Noctua-Lüfter drauf, war geil, hat auch gereicht, ne? Also, du konntest bei der CPU mit Wasserkühlung auf jeden Fall deutlich mehr machen zu dem Zeitpunkt, aber war auch geil. So, und, ähm, wie das halt so ist, der, der, der Stream läuft, Asus war zufrieden, alles war cool so und, ähm, du wirst dann natürlich nie fertig, weil du ja, du weißt es selber, ne? Ja. Da geht man auf den Chat ein, der Chat ärgert dich ein bisschen, die Kabel liegen nicht richtig, das Netzteil ist falsch rum, was auch immer, es gibt ja tausend Gründe, warum sich das alles zieht. Und ich hatte dann so einen Ultra-Hunger, hab das Ding, dann irgendwann haben wir den Stream ausgemacht und gesagt, yo, PC läuft hier, ne? Und der postete nicht, weil die CPU, er braucht ein BIOS-Update. So, und das hat sich alles so ewig hingezogen. Und, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, der Streamer zu Ende, ich wollte halt eben das noch so finalisieren und beim Hochfahren sagt das Teil mir, hey, ich find hier keine, kein, kein, äh, kein Lüfter, kein CPU-Lüfter, kein CPU-Kühler, mach mal was, äh, aber ich war mir sicher, dass ich den eingesteckt hatte. Und dieses Board hatte drei Anschlüsse für Lüfter direkt nebeneinander. Ja. Und ich hatte den einfach nur in den falschen Slot gelegt. Ich hatte den in den CPU-Optional reingepackt und nicht in den CPU-Main. Ja. Ja. Ja, wie das so ist, PC steht unter dir auf dem, äh, Dingens, ist natürlich an, warum auch nicht, ne? Sowas kannst du ja einfach rausstecken und wieder reinstecken. Ich steck den rein und überbrücke damit den einen Anschluss mit dem anderen. Oh. Weil der halt exakt, weil der halt exakt im gleichen Abstand dran war und ohne diese kleinen Schuhe rundrum war. Du konntest den halt damit wirklich überbrücken. Es gab einen kleinen Kurzschluss, es gab einen kleinen Lichtbogen, den hab ich gesehen, so einmal ganz kurz. Und, äh, ja, das war so mein größter Hardware-Fail, den ich die letzten Jahre mal hatte. Das Mainboard war komplett kaputt, obwohl mir damals jeder gesagt hat, nein, die haben so viele Schutzschaltungen dazwischen, das kann überhaupt nicht passieren, da musst du nur, keine Ahnung, BIOS resetten, CMOS, keine Ahnung, flashen, dies, das, sondern geht das schon. Wir haben alles ausprobiert, da ging gar nichts. Und ich hatte dann die große Panik, dass ich dachte so, fuck, was ist mit der CPU? Hast du die gerade geschrottet? Du Idiot, ja. Ähm, die, von der, dieser PC hatte eine Kompaktwasserkühlung, eine Ayo von Corsair zu der Zeit. Ja. Und, ähm, die Pumpe war sofort kaputt. Ja, ja. Also die hat, äh, das war sofort RIP, das Mainboard war im Arsch und, äh, ich wusste halt nicht, was passiert jetzt damit. Hab dann mir auch gedacht, nee, also die Blöße gibst du nicht, du rufst jetzt nicht, du meldest dich jetzt nicht bei Asus und sagst so, ja Leute, da ist was Dummes passiert, wie sieht's denn aus, könnt ihr mir noch ein Board schicken? Da hab ich mir gedacht, das machst du nicht. Du bestellst die Sachen einfach bei Amazon, hab die Sachen bei Amazon bestellt, ähm, ich glaube, das Board hat zu der Zeit 400 Euro gekostet, war halt auch ein richtig günstiges Board, ja? Ja. Äh, dann, äh, die Kompaktwasserkühlung nachbestellt, bei der ich ja 100% sicher war, dass sie defekt war, ich hab das dann die nächsten Tage auch noch getestet, dann kamen die Sachen zwei Tage später, ich sie eingebaut, Schweißperl, drückst den Knopf, er fährt hoch. Ich denk so, ja, ja, jetzt muss er nur noch laufen. Ja, ähm, long story short, äh, das wird mir bis heute nachgehalten, ne, Hashtag Lichtbogen, ähm, Menschen finden sowas sehr amüsant. Das ist auch schon ganz schön bitter. Das war teuer bitter, ja. Aber das ist mir noch nie passiert. Also, Wasser ging mal auf, aber es ist nichts passiert. Also, ich hab schon mal geflutet. War, war gut. War, war gut. Also, im Doppel-PC, da waren ja damals beide Boards, äh, drinnen, mit nem, äh, das war damals, als der Ripper rausgekommen ist, der erste, ja, 1950, äh, und der, tausendachter Den hab ich noch. Den Ripper? Den Threadripper 1950 hab ich noch, ja. Den hab ich auch, steht unter mir Streaming-PC. Geil. Ist auch der längste Streaming-PC in, in diesem Haus und der älteste Computer in diesem Haus. Also, es gibt keinen Computer, der so lange in diesem Haus war. Noch nie. Also, ich wechsle ja wirklich die Dinger wie meine Unterhosen. Also, gerade auch, äh, äh, also, ich hab sehr viel Glück, immer schöne Grüße an AMD und Alternate, ich hab halt sehr viel Glück, das immer alles ausprobieren zu dürfen. Mhm. Und, äh, der hält wirklich schon sehr lange. Der ist, glaub ich, mittlerweile vier Jahre alt oder so. Entcodest du gerade über die, äh, Grafikkarte oder über die CPU? CPU. Ja, Entschuldigung. Der Threadripper, der 1950X, hat nämlich keine Eigenheit, aber du encodest ja auf 1080p 60. Ja. Und auf welchem Preset? Äh, Medium mit, äh, besonderen Einstellungen. Okay. Weil der kann auch slow, aber das geht nur, wenn du eine wirklich gute Kühlung hast und, ähm, anscheinend auch nur, wenn das mit dem Speicher alles so klappt, wenn der Speicher schnell genug ist oder sowas. Genau. Keine Ahnung. Weil, ähm, ich hab den damals aufgebaut und das haben natürlich auch ein paar andere Streamer mitbekommen. Die haben sich dann irgendwann die Kisten nachgekauft und dann, und dann hieß es irgendwie so, ja, wie machst du das? Bei mir läuft das mit slow. Und ich sag, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Guck mal, ich hab das so und so und so gemacht und ja, bei mir ging's am Anfang auch nicht, aber dann war, bei mir war's ein thermisches Problem. Bei mir musste einfach ein anderer Kühler dann drauf und schwuppdiwupp ging dann halt alles, ne? Aber es musste dann halt auch der, der Speicher musste, musste, musste hier in dem, ähm, in dem, in Anführungszeichen XMP-Profil, das heißt ja bei, wie heißt das, DC, ist ja egal, ähm, halt laufen. Und, ähm, dann ging das, aber ansonsten nicht und ich kannte das halt auch, weil das ist dann so eine kleine Gratwanderung, deshalb hast du auch gesagt, äh, mit speziellen Einstellungen. Weil das nämlich auch, also, äh, 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 DOCP ist das übrigens, äh, aber ist doch egal, XMP, weiß ja jeder, was gemeint ist. Ähm, bei, äh, bei, bei, also, das Ding ist halt, dass das Spiel ja sehr speziell ist. Slow sieht einfach nicht am besten aus, by the way. Also Slow, äh, also Medium, also Preset Medium, gepaart mit diesen Parametern, äh, sieht halt, äh, besser aus als Slow selber. Weil du nämlich dir das Beste aus Slow nimmst und das Schlechteste, ne, das, doch, das Beste aus Slow nimmst und die beschissenen Sachen, äh, die guten Sachen aus Medium nimmst und dadurch das bessere Preset zusammenbaust. Ich verstehe, was du meinst, aber das ist halt, wie oft, äh, hängt dann auch wieder stark davon ab, welche Spiele du spielst. Äh, ich glaub, das ist ein guter Kompromiss, würd ich sagen. Also, bis dato kriegt man nochmal sehr viele Komplimente dafür. Ja. Kompromiss, es ist ein guter Kompromiss. Deine Stream-Qualität sieht auch verdammt gut aus, kann man nicht anders sagen. Und wir haben ja gestern, das Problem gestern war halt so, ja, und dann NDI und guck mal hier, und das mach ich auch damit und, ja, warum macht man das so? Und da hab ich ja auch keinen Bock, ein Kabel zu ziehen gehabt und dann mach ich alles, ne? Ja. So ging das gestern, so ging das. Ja, so ist es aber heute auch. Wir sind immer noch in der Vorstellungsrunde und eigentlich schon wieder ganz woanders jetzt. Ja, das stimmt. Aber, aber Hardware ist halt auch, wenn man Bock darüber hat zu reden und auch einen Gesprächspartner hat, der da Lust so hat und nicht einfach nur alles abnickt und sagt, hm, ja, erzähl mir mal ein, dann, dann, dann geht das halt auch, ne? Was, also, fragen wir einfach mal so, gehen wir mal in die Neuzeit so. Also, weil bei mir wird's echt wirklich noch lange dauern. Also, ich hab alle AMDs durch und alle Intels von 2013 bis heute. Außer Xenon, die nicht. Also, hab wirklich alles drin gehabt. Was hast du heute aktuell in deiner Schüssel drin? Also, ich muss ja, ich bin vor kurzem erst wieder auf nen Single-PC gegangen. Das ist ja auch quasi unser Aufhänger gewesen. Ich hab gar keinen Stream-PC mehr im Betrieb. Ich hab das Gerät zwar noch hier und ich könnte es jederzeit wieder einbauen, aber ich hab jetzt aktuell ne 3080. Da bin ich auch einem Streamer sehr dankbar, dass er mir eine verkauft hat zum UVP-Files, dem Chris. Totally Acro, Grüße gehen raus. Und hab mir dann für ein etwas über den Marktpreis einen 5900X gekauft. Und das ist so eine Maschine. Du kannst dir nicht vorstellen, was der an Encoding-Leistung hätte, wenn man darüber encoden würde. Das ist brutal. Ich habe Battlefield mit vollen Details gespielt und habe noch auf Slow in 1080p60 encoded, wo jede andere Kiste davor gesagt hätte, sag mal, spinnst du? Ich geb dir jetzt mal so Einzelbilder, sowas. Und das ist eine Desktop-CPU. Vor ein paar Jahren überhaupt gar nicht dran zu denken. Also, diese brutale Leistung. Und ich hab den nicht overclocked, gar nichts. Ich hab das mit Stock-Settings gemacht. Also, richtig brutales Vieh. So, und ich bin, was den Chipsets angeht, bei B550 stehen geblieben, weil die X4 570, also einfach nur ein paar mehr P6 Press-Lens oder sowas, da sehe ich für mich keine Anwendung. Also, das wäre nice to have, aber ich brauch's nicht, weil ich die Anwendung nicht hab. Wie beispielsweise eine ultraschnelle Netzwerkkarte oder wirklich superschneller Speicher. Das wird in Zukunft noch wichtig, aber jetzt gerade aktuell, die nächsten Jahre wahrscheinlich im PC-Bereich Homeoffice nicht so wirklich. Naja, Homeoffice ist sowieso so einiges. Ja, in unserem Home-Bezogenen. Ja, also ich glaube, das ist für uns generell als Autonormalverbraucher an vielen Stellen nicht so wichtig. Ey, Katze, Vorsicht mit der Tastatur. Ja, das ist aber auch eine ordentliche Flitzmaschine unterm Tisch. Ja, klar. Klar. Und davor war das halt ein Ryzen 7 2007 und X. Das war, wie gesagt, der erste AMD. Der war dann auch knapp, ich glaube, knapp zwei Jahre müsste der hier gewesen sein, so roundabout. Ist auch eine super CPU, aber du merkst halt, ich hab ja eine Generation ausgelassen, da ist ein wirklich riesiger Sprung gemacht worden. Also, das merkst du in allen, Encoding, Gaming, überall. Richtig krass. Das merkt man aber heute auch noch, also die Sprünge heute sind auch noch sehr funky. Also, ich hab vorher ein 3.900 gehabt und bin jetzt auf ein 5.900 hoch, äh, 5.950 X hoch und das ist schon, das macht auch Spaß. Ja. Ja. Der ist nochmal das Sahnehäubchen so von wegen so, ja, ich brauch's nicht zum Spielen, aber hey, ich hab's. Ja, also, wenn man so unter die Tische guckt, dann, ja, also, wenn wir von Overkill sprechen, ich hab in der Küche, also mein Küchen-PC, von dem wir, von, von dem du, von dem du gestern gesprochen hast, äh, ist mein, mein Küchen-PC hat einen 7.700 X drin mit 60 Gigabyte Arbeitsspeicher. Ah ja. In der Küche. Nur um Kameras zu captionen. Aber den hatte ich noch rumliegen, so, also. Mhm, klar. Den nutzt man halt, bevor man sich was Neues kauft. Genau! Ich hab das bei mir in der Küche auch so ähnlich gelöst, ähm, also die Idee war halt erst, hey, du ziehst halt HDMI-Kabel rüber, das hab ich eine Zeit lang gemacht, und, ähm, hängst die Kameras halt ab und die Kabel sind immer im Weg, weil, ne, also der Weg in meine Küche ist ein bisschen doof, weil das ist so vom, von der Gebäudeform her, da will ich auch nicht durch so eine, so, jedenfalls wär das scheiße gewesen. Lange, relativ kurzer Sinn, dann kam irgendwann die Idee auf, ja, man könnte ja auch einfach nur ein PC da hinstellen, egal was für einen Capture-Card rein, zwei, ähm, HDMI dann einfach nur, äh, Kameras anschließen oder auch meinetwegen, äh, USB-Cams, ist ja auch egal, und dann brauchst du nur einen Netzwerkanschluss, also entweder DLAN oder Netzwerkkabel legen. Ich hab jetzt hier, ähm, sporadisch einfach so ein flaches, äh, Netzwerkkabel gelegt, das ich unter Natur herziehen kann, ohne was bohren zu müssen, ähm, auch eine ganz, ganz interessante Lösung, ähm, kam auch aus dem Chat, die Idee, ich selber hab diese Kabel nie ernst genommen, aber für so eine Anwendung einfach perfekt, und, ähm, der PC hat, äh, vor einem halben Jahr gebraucht bei Ebay von einem B-Ware-Händler 110 Euro gekostet, mit Versand, also das ist, das Ding ist eine Nussschale, ja, das ist, das ist nicht mal ein Taschenrechner, so, ne, und das, das ist halt sowieso blasphemie, dass, dass man in so einen PC eine 500-Euro-Capture-Card einbaut, ne? Ja, ja. Aber geht, aber funktioniert super, dann macht's seinen Job. Ja. Und, und da haben wir nämlich auch schon im Vorgespräch drüber gesprochen, dass man das eigentlich, wenn man ein paar alte Handys hat, auch, äh, komplett über Wireless laufen lassen kann. Also ihr seht, das, das sind übrigens alles Themen, an die wir uns ranwagen irgendwann, die nur eine Folge ausfüllen werden. Also wir reißen sie nur an, damit ihr gerade mal so einen Ausblick kriegt, worüber hier, äh, worüber wir sprechen. Und wir haben noch nicht mehr über alles geredet. Also, ich bin sehr, sehr gespannt auf dein IRL-Backpack, ehrlich gesagt. Echt? Ja, ja. Ich meine, das Gute ist, wir können das auch alles auspacken und anfassen dann, also, für euch da draußen, das geht alles. Anfassen, immer gut. Also, äh, um, um, um auch mal die Frage, die ich dir gestellt hab, hier nochmal, äh, äh, anzubringen. Also mein, ich muss jetzt drei Computer aufzählen, es tut mir leid, dauert ein bisschen länger, also ich beeil mich. Äh, ich hab unter dem Tisch mein Gaming-Rechner, das ist ein 5950X mit, äh, X570-Mainboard, also alles aktuell, 32 GB Arbeitsspeicher und eine 6800 XT, läuft alles auf Baseline, also, äh, DOCP-Profile. Nee, weil das von Haus aus eigentlich schon ziemlich gut ist. Und, äh, bei mir, also ich denke einfach, dass es nicht notwendig ist, dass der immer auf volle Lotte laufen muss. Ähm, der Streaming-PC ist, äh, mittlerweile einfach nur, also, da hätte ich gerne auch mal was Neues drin, weil ich glaub, ich brauch PCI-Lanes, weil ich hab so viele Capture-Karten da drin, also ich kann mittlerweile 10 HDMI-Geräte anschließen. Soweit ist es schon. Okay, krass. Ja. Okay, krass. Äh, da ist nochmal ein 5950X drin, äh, mit meinem, ich weiß es gar nicht, ah, hier doch, ich hatte, oh, da muss ich, da gibt's eine witzige Anekdote zu, zu dem Mainboard, das würd ich kurz erzählen wollen. Ähm, die Boards von, äh, von den Threadrippern, die sind alle nur das größte ATX-Format, wie heißt das nochmal, Alex? Ich komm grad nicht drauf. Nicht Mikro? Du meinst nicht einfach nur ATX? Nee, ist es M, ist es M-ATX? Ich hab mich mit den Standards, den Bezeichnen, immer schwer getan. E-ATX. E ist größer als ATX, ja. Genau. Aber ich glaube, ich glaube, es gibt, äh, über ATX gibt's mindestens noch ein weiteres. Genau, ja, das ist, äh, das ist, äh, das ist E-ATX. Und dann gibt's halt die, äh, Serverboards noch. Und ich brauchte unbedingt ein ATX-Board, weil ich mir damals, ich blödmann gesagt hab, ich baue mir einen eigenen Computer und, äh, da hab ich natürlich alles nur so ausgemessen, dass da ATX reingeht. Und es gab auf Verbrechen nicht ein einziges Board in ATX. Nicht eins. Weder von Asus, noch von MSI, noch irgendwelche Hersteller. Und irgendwann hab ich reingescrollt bei Alternate und dann hab ich gesehen, das einzige AT-E-Box, äh, ATX-Board von, äh, von Gigabyte war das. Das ist ein Designayer X399. Und ich habe noch nie in meinem Leben so schnell auf kaufen gedrückt. Das war, hab ich mir instant gesnackt, weil ich das unbedingt haben wollte. Das war das einzige ATX-Board damals, als die rausgekommen sind. Und seitdem hab ich dieses Brett da drinnen. Es ist einfach ein, ach, dieser Computer, den kannst du, ach, der übersteht noch den dritten Weltkrieg. So, der läuft halt wie, wie am Schnürchen. Okay. Und, ähm, da hab ich auch eine witzige Anekdote, äh, weil ich mir damals, wollte ich diesen Computer zusammenbauen und ich hab einfach am Anfang gesagt, Chat, wenn wir das jetzt machen, da geben wir Zero Fix drauf. Und da hab ich gesagt, okay, der hat acht Riege, also der hat acht Bänke für RAM-Riegel, die müssen voll. So. Oh, aber das war die Zeit, vielleicht kannst du dich noch gut dran erinnern, das war die Zeit, wo der Arbeitsspeicher sehr günstig war. Mhm. Ja, ich hab für 1400 Euro Arbeitsspeicher gekauft. Aber auch nur für den Flex, um zu sagen, es sind alle Bänke voll. Okay. Es war wirklich nur für den Flex. Es war wirklich nur für den Flex dabei. Weil man für Streaming ja auch so viel Speicher braucht, ne? Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, äh, Alex, als ich das allererste bei Adobe Premiere reingezimmert hab, ne? Und da wirklich mal was drauf laufen lassen hab und das rendern lassen, äh, äh, das, äh, was rendern lassen habe. Mhm. Boah. Bagger, ich glaub, die NASA ruft bald an, die braucht den Rechner. Also, ich hab vorher, weiß ich noch, hab ich nämlich getestet. Ich hab auf meinem 1800X, hab ich damals gerendert. Mhm. Das hat sieben Stunden gedauert. Dann hab ich das rüber geschaufelt auf die andere Kiste, 45 Minuten. 20 Minuten, hab ich gerade sagen, unter einer Stunde locker, ja. Und das war so, geil. Ist nicht nur für den Flex, hat auch, äh, was Gutes. Und ich mach heute immer noch da drauf was. Also, da läuft so ein... Ja, mach du. So einen ähnlichen Sprung hat ein Kollege von mir, der macht, äh, viel so mit 3D-Renderings jetzt gerade. Und, äh, sein älteres System. Und ich kann dir nicht genau sagen, was es für ein Ding drin war. Der hatte einen 89 da drin und eine relativ alten, äh, eine relativ alte Kiste. Da dauert dann ein Bild in 1080p zu rendern. Der macht viel mit Oberflächen und Bullshit und das muss alles immer echt sein und, ne, bla. Ähm, da dauerte ein Bild irgendwie fünf Stunden. Und dann hat er sich jetzt einen wirklich neuen Threadripper geholt. Äh, also, die, nicht die aktuellste Generation, sondern den davor. Auch eine Menge Speicher reingeknallt und dann wurde er so ein bisschen kalt erwischt, in Anführungszeichen, von Oh, ich krieg ja gar keine Grafikkarten, ne, keine 30, 90 und so weiter. Ich wollte ja zwei Stück haben, haha. Und ich sag, ja, wie schnell geht denn das jetzt mit dem Render? Ja, vorher war es ja ein 1080p-Bild und hat so und so viele Stunden gedauert. Ja, und jetzt dauert das zweieinhalb Minuten für ein 4K-Bild. Nicht so, was willst du da noch schneller machen? Ich mein, wie viel soll das Sekunden dauern oder was? Ja. Ja, das ist schon heftig. Ähm, wo du grad sagst mit Größe, ähm, Stream-PC. Mein letzter Stream-PC musste unbedingt in ein Ikea-Regal reinpassen. Ne, diese typischen, ähm, Kallax-Regale. Ja. Und wie du dir vorstellen kannst, da passen nicht viele, äh, viele Boards rein, beziehungsweise nicht viele Gehäuse rein. Und ich hatte von Corsair, das, ähm, ja, das Corsair 240R. Ist ein superschönes Gehäuse schlicht, ist ein einfacher Würfel, schön zweigeteilt. In der einen Region hast du ein Full-Size-ATX-Netzteil drin, auf der anderen Seite halt ein kleines, ich glaube, ITX ist das Größte, was da reinpasste. Aber find mal für einen Threadripper ein Board. Gleiches Prinzip wie bei dir, nur andersrum. Es gab auch damals, glaube ich, nur einen Anbieter, der genau das hatte, was ich haben wollte. Und ich meine, das wäre ein ASRock-Board dann gewesen. Ja. Oder ist es aktuell sogar noch ein ASRock-Board? Und das läuft super, also richtig schön mit dem Threadripper, nur halt eben alles klein. Superschön. Ich würde gar nicht mit den PCI-Slots klarkommen. Ja, das war immer ein Problem, das stimmt schon. Aber in meinem Threadripper habe ich immer, äh, in meinem Threadripper, in meinem Stream-PC habe ich immer quasi eine zusätzliche Soundkarte eingebaut, damit man halt einen optischen Eingang hat. Ich habe eine Capture-Karte eingebaut, deshalb möglichst viele HDMI-Anschlüsse dran haben. Also zum Beispiel eine Quad-Catcher-Karte von der Matewell. Ja. Großer, großer Fan, nach wie vor. Ich finde es auch super, dass Elgato jetzt endlich eine vierer, also eine Quad-Channel-PCI-Express-Karte hat. Ähm, hätten sie von mir aus schon vor Jahren machen können, weil ein interessanter Preis dabei ist. Ich habe die auch gerade zufällig hier. Ich auch, die läuft schon. Hallo, benutzen wir gerade. Hallo. Ja, ich noch nicht. Und, ähm, ja, das Projekt war auch super, weil es natürlich in dieses kleine Board für diese CPU keinen gescheiten Lüfter gab. Ja. Ja, dann musste ich halt auf eine, ähm, Enermax-Wasserkühlung, äh, gehen. Und ja, ich habe dieses Problem mit diesen vergnazten Enermax-Kühlern bisher nicht. Also bisher läuft die und macht auch ihren Job. Ja. Ähm, aber man hört langsam so ein leichtes Gluckern. Und das finde ich bei Wasser-, Kompakt-Wasserkühlung nie gut. Nee. Das ist, äh, das ist wirklich nicht gut, nee. Aber mir ist auch schon eine Hops gegangen. Ähm, von Enermax oder allgemein? Enermax, ja. Also auf meine Threadripper, die ist mir Hops gegangen, Alter. Da hat, äh, da hat dann, da, äh, im Stream wollte er dann immer höher und höher und höher und dann irgendwann war, äh, Feierabend. Wow. Und dann sagt der Zuschauer von mir so, hast du schon mal geguckt, ob die Temperaturen nicht funktionieren? Und dann sitzt man so im Stream, hä, wieso, gestern haben wir doch volle Leute durchgeballert. So, die Tage kennst du sicherlich auch. Nichts gemacht, Computer ausgemacht, machst du an und auf einmal. Und eure Unterstützung und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Wie geht das denn? Achtung, lange Zeit Abo-Falle. Mein schönstes, der Computer geht nicht mehr, Erlebnis hatte ich nach einem Urlaub. Du kommst gerade aus dem Jahresurlaub zurück nach Hause, ne, kommst gerade aus dem Flieger, willst mal eben kurz einen PC anmachen, denkst dir, es muss ja alles funktionieren, weil, ne, hast ja nichts gemacht, warst ja auch zwei Wochen nicht da oder zehn Tage nicht da, machst die Kiste an, Bild bleibt schwarz. Da hab ich dann immer schon direkt einen Kaffee auf. Das hatte ich bisher einmal und, ähm, das war scheiße. Ich hatte... Es war auch nichts kaputt. Es war nichts kaputt. Es war einfach nichts kaputt. Ähm, ja, sorry. Du warst gerade noch beim Aufzählen von deinen PCs. Ach so, ja, ich hab drüben noch meinen, meinen Renncomputer, äh, da ist ein 5900X drin, ne, 6800XT und, äh, auch X570 mit 32 GB Einmalspeicher. Und ne, ne, schön, PCI Express 4, ähm, NVMe. Und das macht ja richtig fetzt. Also, das fetzt, wenn die alle Sachen, äh, miteinander harmonieren, fetzt das schon ein bisschen. Das geht schon mal ein. Aber, ähm, erste, erste, erste Zwischenfrage. Brauchen, brauchen so Simracing-Dinge viel Speicher? Äh, nö, das nicht. Aber, äh, für mich ist das einfach, du, du hast so viele Nebenanwendungen. Also, es gibt halt sowas wie, wie Simhub zum Beispiel. Da sind, da kannst du dir dann alle möglichen Dashboards anzeigen lassen und jeglichen Kladderadatsch. Dafür ist es halt einfach, damit das im Hintergrund das in den Speicher reinhämmern kann, ist da halt ein bisschen mehr drin. Aber ist jetzt auch nicht der krasseste von, von krassesten Speichern drin, muss man dazu sagen. Also ist jetzt nicht das Nonplusultra. Macht beim Gaming auch in der Regel kaum Sinn. Also, wenn du dir mal anschaust, es wird immer so ein bisschen angegeben. Ja, mein Speicher läuft mit so viel Megahertz und so weiter, ne? Ja. Ähm, natürlich geht dieser Sprung immer ein bisschen weiter nach oben. Aber ich meine, bei den AMDs wäre das aktuell so 3600 Megahertz. Das ist so das absolute Maximum, weil der interne Speicher sowieso nicht schneller läuft von den Chips. Wir nie untereinander kommunizieren mit der Geschwindigkeit. Ähm, also, ja. Gefährliches Terrain. Sehr gefährliches Terrain. Was ist mit dem Speicher? Ja, ja. Speicher. Aber, aber, äh, du hast ja auch das Glück, wie du vorhin schon sagtest, dass du da noch einen, äh, potenten Partner im Hintergrund hast, die, äh, dich da immer viel ausprobieren lassen. Das, das finde ich schon gut. Naja, gut. Sehr schön. Also, was heißt potent? Ich muss natürlich auch fragen. Ich habe natürlich sehr viel Glück, dass ich seit Stunde eins, äh, großer Fan von, äh, AMD bin. Und das, äh, also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, okay, Intel ist der letzte Scheiß. Kann ja jeder verbauen, was er möchte. Ich bin jetzt halt wirklich komplett auf AMD umgestiegen, auch mit Grafikkarten. Und, äh, naja, das ist halt für AMD, äh, naja, oder auch für, für Alternate ein schöner Markenbotschafter für Alternate dann. Äh, also, äh, für AMD. Und, äh, deswegen, wenn ich da ganz nett mal frage, dann, äh, ja, dann kriege ich alle zwei Jahre, kriege ich mal ein Upgrade und darf das dann halt mal ausprobieren. Hm, klar. Also, es ist jetzt nicht so, als wenn ich hingehe und sage, okay, ich brauche einen neuen dies, das, Ananas und dann kriege ich das zugeschickt. Also, so läuft das auch. Ey, mein Toaster ist kaputt, schick mir einen neuen PC. In der Tat, witzigerweise, äh, hat Alternate das so angekotzt, als ich Kohlrolladen machen wollte, dass die mir einen Bräter zugeschickt haben. Die hat das so angekotzt, dass ich keinen Bräter hatte, dass die mir einen Bräter geschickt haben. Ähm, also ein Opti-Grill ist ja, ist ja ein Begriff, ne? Ja. Also ein Opti-Grill-Elite, ich würde nicht nein sagen, ne? Ich hab nämlich nur den normalen. Ich, du, ich hab sowas hier nicht. Ich weiß es nicht. Also, viele erzählen auch vom Opti-Grill, aber benutzt hab ich den jetzt noch nicht, ne. Witziges Teil. Also, gerade für so Sachen wie Burger anbraten ist das super. Du hast deutlich weniger, also drinnen jetzt meine ich, nicht auf dem Grill, ne? Du hast deutlich weniger Dreck, du hast deutlich weniger Fettspritzer und so weiter. Also, dafür ist das perfekt. Es gibt, es gibt viele Sachen, die der Opti-Grill nicht gut kann, aber so simple Sachen wie du schmeißt ein Stück Fleisch drauf, kümmerst dich null da drum und es wird wirklich gut. Weißt du, was witzig ist? Das ist eigentlich auch Hardware. Ich seh, ich seh uns schon in der Sonderedition Grilletischen. Okay. Da seh ich uns auch. Ich schick dir mal Bilder von meinen Burgern zu. Ich kenn deine Burger, die sehen sehr lecker aus. Danke, vielen Dank. Ja, jetzt sind wir schon wieder beim Essensthema, ne? Jetzt sind wir schon wieder beim Essen, ja. Also, um das eben abzuschließen von meiner Seite aus, ich hab bei mir vor ein paar Monaten so ein bisschen so den Cut gemacht und bin halt einen Schritt zurückgegangen vom Stream-PC weg, von immer mehr Hardware aufstellen, um dieses eine Ding zu machen, weg. Du hast so eine ähnliche Reduktion bei dir im Audio-Bereich gemacht mit den, ich nenne es jetzt mal, virtuellen Mischpulten. Ja, dass du alles über Tablets steuerst und so weiter, find ich auch super spannend. Ich hab mir das auch alles genau angeschaut. Find ich mega geil. Aber ich bin nicht bereit, dafür in Anführungszeichen so viel Geld auszugeben. Warum, das ist dann schon wieder Veranstaltungstechnik und ich sag mal, wenn man jetzt ... Weißt du, was ich meine? Mhm. Du erreichst ... Du kannst zwar alles anschließen, aber ich hab diesen Anwendungsfall halt für mich nicht. Warum? Ich brauch nicht wirklich viel. Ich hab ... Also, das Mischpult, das ich benutze, das Yamaha-Mischpult, das hat schon viel zu viele Kanäle. Naja, das nutze ich halt gar nicht. Also, im Sinne von ... Du hast doch aktuell auch hier das Bügelmikrofon dran, ne? Ja. Genau. So, und das ist ja eigentlich von der Funke. Äh, ja. Aber du benutzt es gerade nicht als Funke, sondern mit dem Kabel. Genau. Korrekt, ja. Zwei Stück sogar. Also, drüben hab ich auch eins. Ja. So ein ähnliches Teil benutze ich bei mir auch. Ja. Mit der Funke, mit der Funkstrecke und so weiter. Und dafür ist es natürlich gut, aber ich hab noch nie gehabt, dass ich mehr als drei Mikrofon-Inputs gehabt hätte. Und nein, ich will auch nicht umstecken. Ich bin da ganz bei dir. Das muss laufen. Und das muss schnell laufen. Ja. Ich hab kein ... Wenn ich regelmäßig Konsole spielen würde, was ich nicht tue, die Matrix-Geschichte, die du damals hattest, am Laufen hattest, so, ne? Ich bin da so bei dir. Du hast keinen Bock jedes Mal so von wegen so, ja, muss ich mal eben kurz Stecker rein machen und so. Das ist cool, wenn man da Bock drauf hat, ne? Ich hab da keinen Bock drauf. Das muss halt einfach einschalten, laufen, Vollgas. Ja. Hab ich immer noch übrigens. Ja. Keine Frage. Ich hab immer noch dasselbe Systeme hier stehen. Nur, dass halt nur noch die Playstation dran ist und alles andere ab. Bei Xbox nutzt man nicht mehr. Und die Wii hab ich ... Ne, die Switch hab ich abgegeben. Ja, aber bei den Mischpulten, also um das mal vielleicht oberflächlich mal anzureißen. Also, ich hab jetzt noch zwei Kanäle frei. Mhm. Und der Rest ist voll. Also, ich ... Also, ja, ich glaube, bei mir ist das viel Spielkram, so. Ich mein, ich hab hier ein MacBook stehen, was Musik spielt, so. Ach so, das MacBook ist quasi nur dein MP3-Player im weitesten Sinne. Könnte man so sagen. Man hätte auch ein Handy nehmen können, aber das Ding ist halt, mit dem MacBook bin ich früher halt ... Also, bin ich auch immer noch immer unterwegs gewesen. Und irgendwann sitzt du halt zu Hause. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so, diese Evolution des Streams. Vielleicht gehen wir auch kurz mal auf die Evolution ein. Ja, bitte. Erzähl mal. Ne, lass uns doch mal ... Genau, lass uns mal das als Aufhänger nehmen, über die Evolution bei uns zu Hause im Stream zu reden. Mhm. Über dieses, äh, ja, geil, äh, wir müssen doch mal Escape drücken und den Sound einstellen und raustabben, um in dem Lautstärke-Mixer irgendwie noch Sachen rumzuschieben. Oh, das ... Und am Anfang, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, das allererste Mikrofon, was ich mir gekauft hab, war das, ähm, T-Bone SC450 mit diesem unfassbar hässlichen und überlangen, ähm, Stativ, wo du dir das immer so von oben runterhängen lassen hast in die Fresse. Und das war USB und das hat einfach nicht gut geklungen. Okay, fangen wir mal vorne an. Ja. Äh, ich hab, äh, bei einem amerikanischen YouTuber immer mal wieder zugeschaut, der, ich hab damals viel auf Fun-Blogs rumgehangen und hab selber so ein paar kleine Blogs betrieben und, ähm, hab immer wieder so, 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 so Kill-Compilations gesehen und so Frack-Movies gesehen zu Battlefield, Battlefield 3, ne? Und dann ist mir einer aufgefallen, der immer wieder so auch mit einzelnen Videos da mit gefeatured worden ist und das war, äh, Level Cap Gaming. Level. Dann hab ich bei dem zugeschaut und da dachte ich so, boah, Alter, du willst auch wieder Battlefield spielen. Du hast früher Battlefield gespielt, Battlefield 3 sieht hammergeil aus, so. Und das war dann der erste Game-PC, den ich mir dann erstmal wieder, äh, mühsam abgespart hab und gekauft habe. War Hammer, war super. Und, ja, nachdem ich Battlefield gespielt hab, hab ich gedacht, so, ja, eigentlich könntest du ja auch so Videos aufnehmen, ne? Das kann jetzt nicht so schwer sein. Und dann hab ich, mein erstes Mikrofon war ein Diktier-Headset, also das ich noch von, äh, von einer Voice-to-Text, ähm, Geschichte damals hatte, ne? Weil ich, weil ich, äh, so in dem Bereich ein bisschen was noch gemacht habe. Und das hatte eine unfassbar schlechte Audioqualität, wie man sich vorstellen kann. Das war halt nicht auf Audioqualität ausgelegt, sondern auf der Computer versteht, was du sagst. Ja, und das erste Mikrofon, das in die Richtung dann ging, im Sinne von so, kommentieren und über Videos labern, war auch ein T-Bone. Mit einem Wackelkontakt. Und das hab ich bei Ebay geschossen, gebraucht, für 35 Euro. Das war auch ein T-Bone SC irgendwas, aber ich weiß nicht genau, welche Größe das war, ne? Da gab's ja nicht so viele, ich glaube, nicht zwei oder drei verschiedene. Ja, 440, 450 und dann irgendwas anderes. Mhm, ja. Und danach war das schon das Rode, das NT1. Das NT1, NT1-A, irgendwie sowas. Aber was fällt denn hier heute alles runter? Ähm. Keine Ahnung. Ne, es ist zweimal dasselbe gewesen. Äh, bei mir war's, ich hab mit dem Steel Serious Headset angefangen. Kennst du noch dieses ganz runde Weiße, wo man das Mikrofon... Cyberware V2, klar. Ja, genau. Das hab ich noch, ich könnt's dir zeigen, ich hab's da vorne in der Schublade liegen. Ja, ich hab's irgendwann, ich glaub, ich hab's jemandem geschenkt damals, der es brauchte. Aber bei mir war das schon so hart, dass meine Ohrmuscheln bis aufs Plastik runtergedrückt waren. Ah. Und dann hast du das Plastik so an den Ohren gehabt und hier hat alles so gescheuert und so. Boah. Hör ruhig auf, ey. Das hatte ja, das hatte ja keine feste Einstellung, so mit der Kopfgröße, sondern das hatte ja so kleine Metallfäden, die da so oben durch gingen. Hat das bei dir auch die ganze Zeit so gequietscht, wenn du den Kopf so ein bisschen bewegt hast? Ja. Oh, das war das dümmste Geräusch, was man manchmal in der Aufnahme hatte, so. Ja, genau. Gott. Ja, das war nicht cool. Das war wirklich nicht cool. Also das Headset war cool, aber nur ein paar Monate danach ging's halt bergab mit der Qualität. Ich hab das, glaub ich, drei Jahre hab ich das benutzt. Ja, ich auch. Ja, also sehr, sehr lange. Und dann bin ich auf das T-Bone und ich fand's so kacke. Ich fand das T-Bone so scheiße, ey. Ich fand's auch nicht gut. Das war so kacke, man hat alles gehört, ey. Selbst wenn du die Kamera aushattest und du hast dir in der Nase gepopelt, weißt du, du hast das gehört, wie du in der Nase gepopelt hast. So eine Scheiße war das damals, über USB dran. Und dann hab ich, ich weiß nicht, ob du auch diese Phase hattest, aber hast du Reba.fm für dich entdeckt? Nein. Erzähl uns doch mal, was das genau ist. Hast du wirklich nicht? Nein, hab ich nicht. Ehrlich nicht? Das ist halt quasi die Software, der, 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 ja, ich keine Ahnung, das ist irgendeine Musiksoftware, mit der konntest du dir Presets speichern, wo du dein Mikrofon durchgeschleust hast und du konntest damit alles machen, was ja auch ein Kompressor machen konnte. Und dann konntest du halt so ein Noisegate einbauen und De-Esser und den ganzen Kladderadatsch, also Gain, also den Kompressor selber und das war mega geil. Und dann hab ich das installiert und man konnte das immer, bis heute noch, konnte man das for free benutzen. Und du konntest halt für eine, mit einer for free Software, mit einer Datei, die du in den Autostart gepackt hast, konntest du einfach den ganzen Shit so hinkriegen, dass das gut war. Und man konnte sich ehrlich in der Nase popeln. Es war großartig. Es war wirklich schön. Es war wirklich toll. Und, äh, ja, von da an ging's nur noch bergab. Ich hab, wo es richtig reingelangt dann. Also bei dir, bei dir war es das NT1A, ne? Ja, das NT1A, das war dann halt, ähm, das hab ich gewonnen. Das war quasi ein Teil des Preises bei Commander Krieger, ne? Ah, geil. Also so eine Audio-Ausstattung. Und er hat mir dann gesagt, du hast doch ein Mikro. Such dir doch lieber was anderes aus, so, ne? In dem und dem Bereich, so in der und der Größe. Und ich so, du, ganz ehrlich, mein Mikro ist scheiße. Ich will das nicht mehr haben. Das ist halt, das hat einen Wackelkontakt. Und, ja, nee, das war, ähm, ich weiß das noch. Das war dann dieses, ähm, von diesem NT1 gab's, von dem NT1A gab's dann so ein Podcast-Bundle bei Thomann. Also mit so einem Stativ, mit so einer Spinne. So eine übertrieben große Spinne, weißt du, wo du, wo du so 30 Zentimeter rundherum noch so diese Dinger drauf hast, dieses Haken. So was in der Richtung. Äh, dann natürlich das Kabel, das war, glaub ich, mit dabei. Und, ähm, was gab's denn noch? Ach so, genau. Und das, äh, ein Audio-Interface, damit ich das anschließen konnte. Ja. Ne? Ich glaub, das war damals ein Focusrite oder so was. Focusrite, ja. Und ich fand das, ja, ja, sowas in der Richtung. Und das war für mich auch ein evolutionärer Sprung, bis ich dann gemerkt habe, so, die Spinne macht Sinn, weil du sonst wirklich, du packst auf den, auf den Tisch und du hörst so ein ganz tiefes, dumpfes Grummeln. Und so, und du wusstest gar nicht, wo kommt das her? Ja. Aber das lag daran, weil das Mikrofon so unfassbar fein war. Und du hast ja nicht mit so einem Hi-Pass-Filter gearbeitet, sondern einfach nur, oh, das ist so scheiße, das klingt viel zu, viel zu aggressiv. Ja. Und ja, dann fängst du an, rumzuexperimentieren. Du stellst, du stellst das Stativ neben den Tisch und es darfst dir nicht berühren. Und du hast den ersten Mikrofonarm gekauft und du hörst es immer noch. Und dann so, hast du eigentlich den Hi-Pass-Filter? Ich hab keinen Hi-Pass-Filter. Ja, dann heißt der bei dir Low-Cut. Ja, den hab ich. Angemacht, Geräusch weg. Das war so learning by doing, ne? Ein paar Videos gucken von Leuten, die das ins Netz gestellt haben und hoffen, dass man da die richtigen Einstellungen findet. Das weiß ich noch sehr gut. Ah. Hör bloß auf. Das war eine Katastrophe. Ich hab das gekauft und ich verfluche dieses Scheißding heute noch. Das Mikro? Ja. Nein, das ist eins der besten Mikrofone, die es immer noch gibt. Absolut gar nicht, weil das nicht dafür gemacht ist. Weil das so empfindlich ist. Du kannst nicht mal das machen. Du kannst nicht mal auf Tastatur schreiben. Nein, natürlich nicht. Nicht, wenn das Mikrofon an deinem Tisch angeklemmt ist. Ja, aber wer macht das denn nicht? Hey, Alex, unterhalt kurz den Scher. Ich muss ganz schnell weg. Ich muss auf Toilette. Ich bin gleich wieder da. Tschüss. So, also Nils hat natürlich Unrecht. Also dieses Mikrofon gilt immer noch industrieweit. Und das ist ja ein super altes Mikrofon. Das Mikrofon wird immer noch als eins der rauschärmsten, wenn ich das rauschärmste Mikrofon in der ganzen Industrie halt irgendwie gehandhabt. Natürlich gibt es in Anführungszeichen bessere Mikrofone, also sprich die andere Vor- und Nachteile haben. Und natürlich braucht man auch kein 5000-Euro-Mikrofon als Streamer, um einfach nur in Anführungszeichen besser zu klingen oder so. Das ist halt auch Quatsch. Das werde ich ihm gleich auch nochmal sagen. Aber das NT1-A hat halt wirklich einen super, super weichen, soften, warmen, angenehmen Klang. Ich würde sogar sagen, das NT1-A ist quasi die Schallplatte der Mikrofone. Und das ist ein superschöner Vergleich, der mir gerade eingefallen ist. Den werde ich Nils gleich quasi auf die Nase schmieren. Ich musste auch gerade überlegen, ob wir überhaupt sowas wie eine Toilettenpause gesprochen haben. Haben wir gar nicht. So ein Ding ist das nämlich. Eigentlich könnte man jetzt was aus den Chats einblenden. Hier so einen kleinen Kommentar oder sowas. Vielleicht habe ich da bei mir auch was vorbereitet, aber nur für meinen Chat natürlich. Vielleicht aber auch nicht in der Richtung. Ich sehe gerade aus meinem Chat, dass das NT1-A auch am Tisch befestigt wurde. Das geht auch. Also wenn man das ein bisschen eingestellt hat und hat dann mit so einem Highpass-Lowpass-Filter gearbeitet, dann kriegt man das auch hin. Also das ist jetzt kein No-Go, das zu tun. Aber ich höre das immer noch bei Leuten, die das entweder nicht so wirklich eingestellt haben oder gar keine Settings gemacht haben, die dann auch am Tisch rumkloppen oder sowas. Da fallen einem regelmäßig die Ohren ab und das klingelt dann ganz gut. Das ist schwierig sozusagen. Ich habe keinen Mischpult. Das ist wirklich alles, wie ich es angefangen habe. Ja, das mit dem Mischpult. Also grundsätzlich habe ich anfangs keine Mischpulte gehabt. Ich hatte ein Audio-Interface und ich fand es immer scheiße. Weil du beim Audio-Interface ja im Prinzip nur den Job hast. Der Job des Audio-Interfaces ist ja nur, deine, in diesem Fall XLR-Quelle, also das Mikrofon, mit dem Computer zu verbinden und quasi die Brücke zu schlagen, also ein USB-Interface zu schaffen. Und das fand ich damals scheiße, weil ich habe immer so ganz neidisch auf die Leute geschielt, die dann so mit so Mischpulten gespielt haben und konnten dann so die Musik einzeln hoch und runter und so weiter machen. Und da habe ich zu der Zeit auch, glaube ich, das erste Mal oder allgemein mit Nils so ein bisschen geschrieben. Das ging damals noch um noch ein bisschen was anderes. Und da ging es dann unter anderem auch darum, hey, was hast du denn für einen Mischpulten? Was würdest du mir empfehlen? Und dann habe ich, wie viele Streamer das halt so machen, dann auch mich so ein bisschen von ihm in dem Fall beraten lassen. Und er hat mir gesagt, guck mal hier, ich kann ja auch nicht so ganz genau was dazu sagen. Ich bin ja jetzt auch nicht so ganz tief in der Materie, aber ich benutze das und das hat den und den Vorteil. Und das war damals ein Mackie-Mischpult. Das habe ich auch vor ein paar Monaten erst verkauft. Das war immer noch so mein Backup-Mischpult, was hier noch bei mir zu Hause war. Und das hat auch einen super Klang. Aber, und da habe ich ehrlich gesagt damals nicht so richtig drüber nachgedacht, das hatte keine Schieberegler, sondern das hatte so diese typischen DJ-Knöpfe zum Drehen. Ich meine, natürlich arbeiten DJs auch mit Schieberegler-Mischpulten und so weiter. Das hatte alle möglichen Vor- und Nachteile, aber ich habe es dann irgendwann abgeschafft, beziehungsweise mir dann auch das Yamaha geholt, weil ich noch ein paar andere Feature haben wollte. Und eins davon war, du hattest zwar einen AUX-Ausgang an dem Mischpult, also sprich, du konntest dann noch einzelne Kanäle dir noch auf einen anderen Ausgang legen, aber egal, wie es eingestellt war, der Ausgang, den man bei dem Mackie-Mischpult hatte, es klang halt immer ziemlich blechern. So, und bei dem Yamaha-Mischpult und bei vielen anderen klingt es halt eins zu eins so wie die Stimme und dann brauchst du keine Y-Weiche, du kannst halt alles ausgeben, was du willst, du kannst alles auf dem AUX-Ausgang ballern, wie du das halt haben möchtest. Und das hast du bei dem Mackie-Mischpult zwar auch, aber halt eben sehr blechern. Ich habe gerade übrigens einen schönen Vergleich gefunden, Herr Nils. Ja, dann her damit, was denn? Das NT1-A ist sozusagen die Schallplatte der Mikrofone. Es ist schon sehr alt, es klingt sehr weich und sehr warm und es hat immer noch seine Daseinsberechtigung. Ja, es hat eine Daseinsberechtigung, aber für Gesang. Absolut, es ist ein Gesangsmikrofon. Genau. Es ist ein Gesangsmikrofon, du stehst auf Abstand, du hast auf jeden Fall einen dicken Popfilter davor, 100 Pro. Und das war auch so ein Ding, ich wollte nie mich hinter so einem Mikrofon verstecken. Ich auch nicht. Ich fand das immer ästhetisch gesehen total schlimm, wenn so ein Streamer quasi nur ab der Nase aufwärts zu sehen ist oder so in so Videos. Das wollte ich nie haben. Ja, also ich kann das gar nicht mehr haben. Also ich kann diese, du hast ja auch das RE gerade, ne? Ja. Ja, ja. Ja, nee, kann ich auch nicht mehr, will ich auch. Du hast das am Tisch geklemmt, ne? Nee, aktuell geht das, du kennst doch bestimmt diesen Stativhalter, der den E-Guy benutzt, den Info-Holder. Und den hab ich unter meinem Monitor durch. Daran ist dann so ein Selfie-Stick angebracht. Nicht lachen, das ist eine sehr stabile Stange. Und daran ist eine kleine Spinne angebracht, der das Mikrofon trägt. Ah, nice, cool. Not macht erfinderisch. Ey, das ist die beste Lösung für Mikrofone, die ich bisher hatte. Weil ich hatte natürlich auch Mikrofonarme. Ich hab ne Tischklemme gehabt. Ich hab nen Kollegen gehabt, der hat mir eine Tischklemme geschweißt, damit die so nach meinen Vorstellungen war und so. Und das ist alles toll. Aber das hier ist aktuell die beste Lösung, die man einfach mit einem Handgriff an die Seite machen kann. Die nicht im Weg ist, wo man Armfreiheit hat, wo du auch vor dir einen Teller mit Essen als Beispiel stehen. Also nicht, dass ich in meinem Stream regelmäßig essen würde. Aha, aha. Deswegen hab ich das Ding. Da kommt nichts anderes, also es kommt nichts anderes mehr ins Haus. Kommt nicht mehr. Das PV-797 heißt das Headset, glaube ich, von Beyerdynamic. Super schöner Klang, super schönes Mikro. Dummerweise ein komplett geschlossenes Headset. Du kriegst nichts mehr mit und alles klingt, wie es halt bei geschlossenen Headsets so klingt. Das war mein Lieblings-Mikrofon-Headset-Kombination. Hab ich immer noch. Ich hab auch das RE hab ich auch noch. Und die Tischklemme hab ich auch. Alles noch da. Alles deinstalliert. Alles weggemacht. Das ist aber okay. Wann hast du dein erstes Mischpult gekauft? Erzähl mal. Also jetzt zum Thema Streaming oder allgemein? Ja, zum Thema Streaming. Okay, also zum Thema Streaming. Das hab ich gerade erzählt, als du gerade abwesend warst. Das erste Audio-Interface war, wie gesagt, um das Mikrofon anzuschließen, das NT1-A. Davor war es halt ein USB-Mikrofon. Und mit dem USB-Mikrofon hatte ich immer meine Probleme. Ausfälle, dies, das, ne. Hatten Wackelkontakt. Da bin ich also vorbelastet. Und nach dem Audio-Interface, mich hat das so angenervt, dass man halt, du hattest keine Schieberegler, keine Fader. Und ich wollte unbedingt so ein Ding haben. Und dann hab ich wen gefragt? Dich. Ist schon ein paar Jahre her. Ja, und du hast mir in etwa sowas gesagt, wie, naja, ich bin da auch nicht so ganz im Thema drin, aber ich kenn hier so ein paar Leute und vielleicht können wir uns mal im Teamspeak unterhalten. Und dann hat man mich beraten. Und dann ist es ein Mackie-Mischpult gewesen. Oh, jetzt geht's los. Ja. Und das Mackie-Mischpult, hab ich auch gerade schon erzählt, als du nicht da warst, das Mackie-Mischpult war super. Das hatte eine super Qualität, aber es hat keinen Schieberegler. Darauf hab ich nicht wirklich geachtet. Und das war auch zu dem Zeitpunkt nicht so wirklich wichtig. Und du hattest diese Drehknöpfe dabei, ne? Ja. Zum Pegel. Und das hat wirklich ein super Klang, tolles Ding, aber es ist halt eher ein DJ-Mischpult. Und ich hab das nur aussortiert, also weil ich auf der einen Seite mehr Channel haben wollte. Ich hatte ja eine kleinere Version als du. Und das hatte das Problem, dass ich mir den Sound noch auf den AUX-Ausgang gelegt hab, um dann wiederum, das muss ich eben kurz erklären, wenn du einen Stream-PC hast, hast du ein Problem mit dem Mikrofon. Du schließt dein Mikrofon an den Stream-PC an, damit der Stream die bestmögliche Qualität hat. Du spielst aber auch auf dem Game-PC mit Menschen und die müssen dich ja auch hören. Dann gibt es Streamer, die benutzen ein zweites Mikro oder benutzen ein Headset-Mikro für ihren Game-PC und das fette Mikrofon dann halt für was auch immer. Oder ne Y-Weiche oder, oder, oder. Wenn man aber ein gescheites Mischpult hat, hat man die Möglichkeit halt ne einzelne Spur auf einem AUX-Ausgang auszulegen und darauf das auszugeben. Und das konnte das Mackie auch, aber das klang bei mir halt immer total blechern. Also als wenn das mit ner Bitrate jenseits von Telefonkonferenzen irgendwie gehandhabt wurde. Okay. Und das war für mich auch ein Grund, dann wegzugehen. Und ich hab da wirklich alles ausprobiert. Ich hab Anleitungen im Netz gelesen, ich hab Leute gefragt, wie die es eingestellt haben, bei denen es besser klang und vielleicht war mein Gerät auch einfach nur defekt. Keine Ahnung. Kann sein, ja. Ja. Das war mein erstes Mischpult. Ich hab mit dem Yamaha angefangen. Äh, ich weiß gar nicht mehr. AG03? Bitte? AG03, AG06? Ne, MX10? Ja. Ich find's raus. Yamaha MX10? Ja, ich hab hier grad das MG12. Ah, dann war's das M, warte mal, Yamaha MG10? Ja, genau, das MG10 war es damals. Das war mein allererstes Mischpult. Das hab ich mir gekauft. Das hab ich, also, hätte ich, äh, das hab ich meiner, meiner damen, Dame, äh, mitgegeben, damit sie was Schönes hat. Aber meine Fresse, heute, heute, also, wenn sich irgendeiner da draußen ein Mischpult kaufen will, für den Anfang, kauft euch dieses scheiß Ding. Das kriegst du nicht kaputt. Das, das kann alles und das Ding ist, klingt super und das war von Anfang an tutti-frutti das Ding. Hab ich, hab ich angefangen. Und ein roh, der NT1-A. Aber ohne einen DBX davor. Und meine Fresse, war das ein Pan in the Ass. Ey, du hast atmen, atmen gehört, du hast alles gehört. Du konntest auf dem, auf dem Tü, hier, das konntest du machen? Hier? Also, der Stream kannst hören? Ja, ich weiß. Oh, meine Fresse, da hast du die Krise gekriegt. Das hat mich so aufgeregt damals, ne? Und genau dadurch ist bei mir aber auch dieses Ganze, das, was heute ist, also das ist so aus mir geworden, ich kann das nicht ab, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie ich das will. Und sei es nur das allerkleinste Fiepen, was kein Pimmel hört, wenn ich das höre, muss das weg. Da sind wir uns relativ ähnlich. Wenn ich Probleme sehe, die ich nicht haben möchte, dann muss das auch gelöst werden. Genauso wie die, du schaltest, dass eines läuft. Aber es gibt da auch ne Menge Sachen, die mich nicht stören, die gar nicht so schlimm sind. Und wenn's um das Thema geht, was man sich als erstes vielleicht anschaffen sollte, oder so von wegen, was sollte man sich denn am Anfang holen? Ich würde, wenn man anfängt zu streamen, so wenig Geld wie möglich ausgeben, am besten gar kein Geld. Erstmal machen. Ist halt so. Ja, aber, also, ja, dennoch würde ich sagen, ein einigermaßen gescheites Mikrofon wäre schon nicht schlecht. Absolut, bin ich, bin ich, bin ich, bin ich komplett bei dir, nur man, ich hab, man sieht das immer wieder und man hört das immer wieder, es gibt einige Clips von Leuten, die eine gewisse Größe erreicht haben und die erzählen dir dann, du musst halt erstmal ein paar Tausend in die Hand nehmen, um dir ein dickes Mikro zu kaufen. Das ist Bullshit. Das ist Quatsch. Also das ist wirklich Käse. Ich denke mal auch, wir, das, das wär zum Beispiel mal ne witzige Folge, äh, wir setzen uns beide hin und bauen mal so, so richtig schön einmal Budget alles zusammen. Einfach mal so eine Folge. Okay, zum Glück hast du das jetzt gesagt. Ich hab gedacht, äh, bist, bist du so ein Mikrofonsammler? So wie so ein Ranzrate-Typ? Nee. Okay, okay. Ja, ich glaub, ich hab zur Zeit nur noch, sagen wir, drei Mikrofone und ne Schublade voller Headsets. Was? Ja, ich hab die Headsets nie weggetan. Ach so. Wenn ich mein Headset gewechselt habe, dann hab ich das in meine Schublade gelegt. So, ich hab da vorne auch ne ganze Schublade voll mit alten Mäusen. Ich, ich sammle sowas halt. Ich find das, also ich sammle nichts, aber Headsets und Mäuse kommen nicht weg. Also bei mir ist das so, ich hab HS50, Corsair, zwei Stück, selbes Mikrofon, zweimal dran, einmal Backup ist, also einmal Backup hier das Große für die, für die Schnute und Mäuse und Tastaturen, also alles an Kumpels, Mods, wird immer alles raus, raus, weil die kaufen sich und haben nicht so viel, immer verschenken raus, weg, 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 weg. Also alles, was ich nicht mehr brauche, geht weg. Finde ich gut. Ja, aber ich hab öfter mal, das kommen ja ab und zu mal Menschen rein, die dann ne Frage zu, keine Ahnung, dein Mikro haben oder irgendwie sowas. Und dann erzählst du was von dem Rode, Rode Podcaster oder Rode Procaster und dann sagst du so, ja Moment, das hab ich ja auch und dann schließt du das mal eben an und hast einen direkten Vergleich, wie dumpf das Rode halt klingt im Vergleich zu dem Elektro-Voice. So, aber dann ist es auch ein unfairer Vergleich, weil das Elektro-Voice, wie du schon gesagt hast, gehst du über einen Kompressor, über einen DBX zum Beispiel und ja, schwierig. Aber zum Beispiel das Rode, das ja auch Gronkh zum Beispiel benutzt, der hatte glaube ich das, die USB-Version, ne? Ne, der, ne, 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 XLR. Das ist das Procaster und das ist glaube ich XLR. Er hat zum Beispiel das Problem mit diesen Popgeräuschen, gar nicht so, weil er das so ein bisschen neben seinem Gesicht hängen hat. Ja. Und wenn du das Rode direkt vor dir hast und sprichst und atmest da rein, dann hast du diese Explosionsgeräusche andauernd da drauf. Ja. Und weil du von vorne rein sprichst, gibt's kaum einen gescheiten Popfilter dafür. Also es gibt welche, ich hab auch mal so einen kleinen ausprobiert, aber... Du kannst ja Socken drüber machen. So wie, wie heißt der noch, da gibt's ein, zwei Leute, die das haben, ne? Ja. So auch als Markenzeichen. Ja. Mit Socken kannst du knicken, ehrlich gesagt. Oder auch so Strumpfhosen oder so, das bringt nicht viel. Also nach meinen Tests, vielleicht hab ich auch einfach die falschen Strumpfhosen benutzt, wer weiß. Naja, weiß ich. Keine Ahnung, ich hab mir immer so einen Dildo drauf gezogen aus Stoff und der war gut. Ja. Also, äh... Das Elektro-Voice hat für mich die größten Einsparfaktor, dass du keinen Popschutz noch zusätzlich davor brauchst. Klar, wenn ich da jetzt voll rein spucke oder sowas, dann hörst du das, aber super, super. Und für mich auch, für mich das beste Klangbild. Selbst, selbst ein SM7B, finde ich, klingt nicht so gut wie das bei mir, auf meiner Stimme. Ja, bin ich ganz bei dir. Finde ich auch nicht. Ich find das sehr, sehr warm und sehr schön. Also es hat so ein, ja, die Elektro-Voice-Dinger sind generell sehr, äh, so Radio-Podcast-lastig. Ich mag so diesen warmen Klang. Das find ich schön. Das kann das sehr gut, ja. Hm, stimmt. Ja. Wie mal, also... Davon gibt's. Ja. Ja, davon gibt's was? Ich wollt nur klug scheißen, dass es ja von diesem Elektro-Voice grundsätzlich, äh, ich glaube, drei oder sogar vier verschiedene Versionen gibt. Ja. Und wir benutzen ja noch mehr oder weniger die fast günstigste davon, ne? Genau, die fast günstigste. Also, so, der Klassiker kostet ja deutlich mehr und das ist dann, äh, sieht man bei ein paar amerikanischen Streamern, hab ich's schon öfter gesehen, das ist diese graue Version zum Beispiel, ne? Ja. Die ist eine Nummer höher und dann gibt's noch eine Nummer höher. Mhm. Ja. Da wird's dann funky, da wird, also da klingt das dann sehr schön. Wenn ich mir jetzt an den Kopf schneiden könnte, hätte ich das am Kopf. Aber, glaubst du, dass der Großteil deiner Zuschauer das dann über den, übers Handy oder über den Fernseher diese Qualität, Qualität unterscheidet, sehen oder hören, also hören würde? Alex, darum geht es nicht. Es geht immer darum, dass du dich den ganzen Tag auch selber hörst. Es geht nicht. Das, da unterscheiden wir uns, daran haben wir uns auch schon mal drüber enthalten. Ich monitore mich nämlich gar nicht. Wie, du monitore? Du hörst dich nicht selber? Nein, das würde mich wahnsinnig machen. Wirklich. Okay. Das ist ein riesen Schock für dich, ich weiß. Aber das, das ist, für mich war immer ein Kriterium, dass ich beim Mischpult meine eigene Stimme nicht auf meinem Kopfhörer höre. Ganz klar, dass ich mich selber aus der Gruppe rausnehmen kann. Also bei dem, bei dem, das Yamaha ist zum Beispiel super logisch aufgebaut, was so die Gruppen angeht, ne? Also von, von oben kommen die Inputs rein und gehen dann weiter in die Weiterverarbeitung und so weiter. Also es ist super logisch aufgebaut, wenn man es einmal geschallt, schnallt hat. Wenn man es nicht versteht, dann sitzt man davor und denkt sich so, okay, ich habe hier meinen Mischpult und jetzt habe ich mein Mikro und ich habe hier meinen Stecker und wie geht es weiter? Das ist, also Audio ist halt echt Pain in the Ass, wie du vorhin schon sagtest. Findest du? Nein. Ich finde mittlerweile Video ist ein scheiß Pain in the Ass, weil alles limitiert ist auf scheiß 10 Meter Kabel. Das ist nervig. Es hört, der HDMI ist halt so, ab 10 Meter hört es auf und dann wird es funky. Also Sound ist halt wie Lego, finde ich, mittlerweile. Ja, kann aber auch Probleme machen. Wie zum Beispiel, du hast in Anführungszeichen das falsche Kabel zwischen dem DBX und deinem Mischpult und hast irgendwie so eine Brummschleife, die aber erst nach einer Zeit kommt und wenn du seine Tests machst, hörst du nichts und dann gehst du live und nach einer Stunde, dann kommen wieder diese zwei, drei Leute in deinen Stream, die dann sagen so, ich weiß nicht, ob es an meinem Headset liegt, aber ich höre wieder dieses Geräusch. Und dann hörst du, dann lässt du dir den Clip machen, guckst, hörst, also weil ich nicht mich dann beim, ich will dann das Ausgabeformat halt wirklich hören und du hörst es halt. Da ist ein Störgeräusch und das lag dann daran, also es gibt ja nicht sowas wie symmetrische Kabel, aber wenn du danach suchst, wirst du danach finden, da geht es um die Phasenüberlagerung, Verschiebung, was auch immer. Und seitdem ich dieses Kabel dazwischen habe, läuft alles super. Und davor hat es auch keine Probleme gegeben, bis zu diesem schicksalshaften Tag, an dem ich nichts geändert habe und es einfach dieses Geräusch gemacht hat. Soll ich dir ein Gag erzählen? Ja, bitte. Nee, mach du jetzt, erst mal zu Ende, Entschuldigung. Kommt ein Priester in eine Bar? Ich war fertig. Achso, pass auf, hier kommt ein Gag. Ich habe unter meinem Tisch hier unten, habe ich ganz viele diese Kabelschienen drunter gemacht, weil die kreuzen sich irgendwann. Hier stehen meine Computer, hier steht mein Sound. Das heißt also, das von hier kommt von da drüben hier rüber und das von da kreuzt sie sich hier. Ich habe hier, also hier, habe ich einen KVM-Switch drunter, damit ich meine Tastatur wechseln kann. Und heute Nacht, irgendwie, durch irgendwelche Gründe, ist das Kabel, das eine Kabel und das andere Kabel in Kontakt gekommen, weil das durchhängt. Alter, ich habe heute im Stream gesessen und dann zwischendurch ... Und dann fängt das an zu knattern und zu knacksen und denkst du, ich habe doch nichts gemacht, wo kommt das denn verdammte Scheiß her? Und dann guckst du unter den Tisch und dann hängt das eine Kabel auf dem anderen und dann denkst du so, ah ja, alles klar. Hab das Kabel neu verlegt, jetzt ist es nicht mehr da. Ey, du wirst wahnsinnig bei der Scheiße. Ja. Du wirst blöde. Ich habe mittlerweile 500 Meter Kabel verlegt. Ich habe da hinten ... Also, mein Mischpult ist in der Lage, als USB-Interface zu dienen, als auch als XLR und den ganzen Schnodder. Und ich habe das da hinten ran gemacht. Und sobald das Mischpult anging, schiebte dort das Mikrofon. Aber nur das, nicht das, nur das da. Mhm. Ich habe das ganze Kabel, aber auch, by the way, nur, wenn der Computer da hinten an war. Nur, wenn der Computer an war. So, jetzt sitzt du da, streamst und der streamt so, Tissi, ich höre nichts. Und du sitzt da und denkst immer so, sag mal, seid ihr alle taub oder ... Echt das ganze Kabel rausgerissen. Wirklich, von da hinten bis hierher das ganze Kabel rausgerobt. Und alles, denn von hier mit USB-Verlängerung nach außen, um das durchzutesten, nix da. Ging nicht. Hat nicht funktionieren. Mischpult wird nicht erkannt. Andere Kabel wieder rein. Ich habe das halt hier inzwischen, weil das für USB-Verlängerung zu lang wäre, habe ich von hier nach da wieder USB, also USB über Ethernet gezogen. Ja. Damit das halt da funktioniert. Habe das Kabel einfach wirklich ohne Scheiß wieder reingemacht. Fiept immer noch, bis ich irgendwann rausgefunden habe, du ahnst das nicht, dass das USB-Kabel von hier über, also es war so eine Schlaufe und obendrauf lag ein Stromkabel von dem Scheiß-Kompressor. Okay. Und es war natürlich genau der Kompressor, der für das Mikrofon da drüben war. Und daher kam das Surren. Aber frag mich mal nicht, warum das nur passiert, wenn der Dings an war, der Rechner. Als der Rechner nicht an war, war es nämlich nicht mehr da. Ja, nun. Weißt du, wenn du so Störgeräusche hast, dann hörst du ja wirklich alles. Dann hörst du Mäuse husten und dann hörst du auf Leute, die dir dann so Sachen sagen wie, ja, vielleicht gehen die Sachen über dieselbe Steckdose oder in selben Sturmkreis. Vielleicht solltest du das aufzeilen und so weiter. Das habe ich auch alles schon durch. Aber so Störgeräusche, dann fängst du wirklich an, rumzuexperimentieren. Und das Witzige ist ja, das Beschissen ist ja, wenn es dann auf einmal wirklich weg ist. Im ersten Moment. Ja. Und dann denkst du so, okay, es hatte recht. Ganz schlimm. Ne, solche Fehler kenne ich auch. Und es ist echt beschissen, so zu finden und rauszukriegen, was es dann am Ende des Tages ist. Aber schön, dass du es gelöst hast. Ja. Seitdem kreuzt sich bei mir auch gar nichts mehr. Ach so, viel geiler ist noch, wenn ich mein Handy hier hinlege, dann stört mein Handy mein Mikrofon. Maka, pass mal auf, ich zieh um. Ja. Von Berlin hier, rin in die Schweiz, baue hier alles wieder neu auf. Ich mich gefreut, geil. In Berlin war nie irgendetwas. Nichts. Gar nichts. Alles lief. Und irgendwann fängt das Mikrofon an, total weirde Geräusche zu machen. Aber so richtig weird. Ich so, alt. Denn hier am Kabel rumgespielt. Ob das das eventuell das Kabel ist. Ob das dieses, ob das. Und ich das nicht rausgefunden. Ich so, alter Chat muss kaputt gegangen sein beim Umzug. Vielleicht ist das Kabel gebrochen. Neues bestellt. Gleiches Problem. Nee, ging es gar nicht, weil die neuere Version von dem Bayer Dynamics einen neuen Adapter brauchte. War nicht der alte, sondern der. Witzigerweise, das alte Mikrofon geht mit dem neuen Adapter nicht. Und das neue Mikrofon geht mit dem alten Adapter nicht. So. Ich mir dann natürlich, fancy wie ich bin, habe ich mir gedacht, geil, bestellt es hier gleich zwei. Weil der da hinten hat schon einen an der Klatsche. Funktioniert nicht, habe ich jetzt ein Backup. Aber, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hier alles fertig gemacht. Und dann dieselbe Scheiße auf dem Mikrofon auch. Ich so, alter, das kann doch nicht sein, Chad. Und ich wirklich schon komplett am Verzweifeln. Ich so, ich weiß es nicht. Alle Kabel kontrolliert. Alles gemacht und getan. Irgendwann nehme ich mein Telefon in der Hand. Währenddessen das passiert. Leg das beiseite. Warum auch immer aus irgendeinem Reflex. Und das Telefon hat einfach das Headset gestört. Das Mikrofon. Ey, ohne Witz, du kannst dir das nicht vorstellen, Alex. Du wirst wahnsinnig, wirst du. Und dann sitzt du wirklich da und sagst, ey, Chad, Leute, sorry, wir können jetzt das und so für den Stream nicht kaufen. Wir müssen erst mal das fixen. Und dann bestellst du dir ein neues. Denkst du, das Ding ist durch den Adapter. Habe ich gedacht, dass das andere kaputt ist. Was neu kam, habe das zurückgeschickt. Habe gesagt, ey, sorry, ist kaputt, brauche ein neues. Krieg ein neues, funktioniert auch nicht. Google nach der Scheiße. Aha, ich habe einen neuen Adapter gekauft, ich habe einen neuen Adapter ausprobiert. Funktioniert ja alles selbisch. Alter, ich bin wahnsinnig geworden. Zwei Monate, nee, nicht zwei Monate, zwei Wochen hat das gedauert. Zwei Wochen. Oh. Auf sowas kann man komplett verzichten. Und dann kann ich auch absolut Streamer verstehen, die sich ein USB-Mikrofon kaufen. Lass mal nicht ernst. Ein USB-Mikrofon kaufen, damit sie zufrieden sind. Und diese ganzen Problematiken überhaupt nicht haben. So. Ich könnte das bei mir nicht machen. Zumindest aktuell nicht, weil einfach USB-Soundgeräte auf Dauer einfach irgendwie bei mir immer nur Probleme gemacht haben. Ob das das T-Bone damals war oder andere Geräte dann später waren. Sound und USB gehört für mich nicht zusammen. Für mich. Für andere funktioniert das, aber für mich funktioniert das nicht. So. Ich muss über irgendwie so eine andere Lösung gehen. Ja, mach weiter. Ich hab gleich noch einen Einwand dazu. Ja, nee. Hau ruhig raus. Gib Vollgas. Ey. Du kannst dir... Also wirklich, Alex. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schön das ist. Wenn du dein Mischpult anguckst und es ist einfach rammelvoll. Also wirklich, da ist keine Buchse mehr, wo du ran kannst. Und dann liest du die Bedienungsanleitung und guckst da rein. Wie? 36 In- und Output über USB? Wait a second. What? Und du das USB-Kabel nimmst, das einfach an den anderen Rechner ransteckst und sagst, geil, Alter. Ich muss ja doch kein anderes Mischpult mehr kaufen für den Rechner da hinten. Mega geil. Das Ding, das hat halt einfach 60 Kanäle. Und dann hast du halt an dem anderen Computer halt auch alles, was du willst. Und alles von hier hast du auch. Es ist einfach ein Traum. Also USB ist schon... Also es hat so seine Macken. Da gebe ich dir recht. Aber das ist schon wirklich sehr sexy. Das ist wirklich... Ohne Witz, als ich das rausgefunden habe, habe ich mich so sehr gefreut. Ich war so happy. Fand ich großartig. Ich stimme zu. Wir sind jetzt schon eine Stunde 20 dabei. Und ist das jetzt noch Teil der Vorstellungen? Oder wo befinden wir uns gerade im Inhaltsverzeichnis? Ich glaube, im Inhaltsverzeichnis befinden wir uns in... Die Leute... Wir reißen grob mal einfach alles an. Und die Leute wissen, worüber wir später mal reden. Okay, alles klar. Alles klar, alles klar. Also der Plan ist es... Da habe ich mit Alex halt auch drüber gesprochen. Dass wir uns wirklich irgendwann spezifisch ein Thema suchen. Und darüber wirklich dann auch anderthalb Stunden, zwei sezieren. Und ihr dann irgendwann auch eure Fragen mit reinhauen könnt. Und dann, ja, dann erklären wir euch vielleicht mal, wie man so ein Mischpult benutzt. Natürlich nicht als allgemeine Lösung, sondern wie wir das machen. Oder wie wir das gelernt haben. Weil das ist ja nicht gleich, wie sagt man, der Lösungsweg. Es gibt ja immer mehrere Wege. Ja, es gibt immer mehrere Wege. Ganz schlimm. Wie war denn das bei dir mit den Kameras? Du hast wahrscheinlich genauso wie alle anderen auch eine Logitech C29 am Anfang gehabt, oder? Nee, meine allererste Kamera war eine C270. Die ganz einfache. Da weiß ich noch, kann ich mich noch sehr genau dran erinnern. Chris Tetsuna, die ersten 15 Euro damals, hat er mich gefragt, ob ich einen Spenden-Button mache. Und dann hat er die ersten 15 reingeknallt und gesagt, kauf dir eine Kamera. Weiß ich noch ganz genau. Habe ich gemacht. Weiß ich noch, wie gestern habe ich mir eine Kamera gekauft. C270. Meine erste Webcam, die noch hier ist, von ganz früher, das ist eine Livecam von Microsoft. 720p, unfassbare Qualität. Also unfassbar schlecht. Aber war halt eine USB-Webcam und funktioniert halt bis heute, theoretisch. Praktisch ist die natürlich Schrott, aber vielleicht zu heute. Und ich weiß nicht, wie viele Logitech C920, die ich in meinem Leben schon ertragen habe. Aber manche sind halt auch von uns gegangen. Durch Unfälle, die passiert sind. Unfälle. Er schickt mir damals auf einer anderen Streaming-Plattform, Hitbox, schickt mir jemand ein Paket. War so ein Zombie-Paket, war alles drin. Also Zombie-Survival-Paket mit Lektüre, mit Essen, mit Regen-Poncho und halt auch eine Software. Ich packe das alles aus und ich flachse da so ein bisschen rum und ich denke so, naja, so eine Webcam, was wird das schon haben? Und wie viel Power wird in so einer Software-Knarre schon sein? So gerade die in so einem großen Paket so drin ist. Das hat alles so ein gewisses Limit. Und ich denke so, ja, das wird halt so eine Plastiklinse sein. Da ballerst du vor und das prallt halt ab. Und dann im schlimmsten Fall hast du eine Macke in deiner alten Cam, die du eh nicht mehr brauchst. So nach dem Motto, ich schieße da vor und dann ist das halt so eine Sicherheitsglas-Linse. Also vor der Linse so ein Sicherheitsglas und das splittert. Und das gibt es auch noch ein Video dazu auf YouTube zu dem ganzen Thema. Aber das war mir sehr unangenehm. Das hat man mir auch jahrelang vorgehalten. Ich habe die Cam erschossen. Oh Mann, ey. Ja gut. Das war schon böse. Kann passieren. Ja. Ich habe dann auch übrigens die C920 benutzt. War schön. Hat die Software bei dir funktioniert? Nee, natürlich nicht. Weil es das absolut größte Scheiß-Drecks-Programm-Produkt ist, was es gibt auf dem Markt. Und es wird auch nur gekauft, weil es kein vergleichbares Produkt gibt. Es regt mich auf. Dieses Ding regt mich einfach auf. Und Logitech hat nicht mal ansatzweise Bock dazu, das zu fixen. Wenn man danach googelt, also das Problem, was ich meine, ist, der Weißabgleich, wenn du weg von den Automatik-Settings gehst, wenn du deine Settings selber machen willst, dann kannst du aus dieser Kamera wirklich eine schöne Qualität rausholen. Meine ich ernst. Das ist völlig unironisch. Viel Licht, dann hat dieser kleine Sensor eine Menge Futter und dann ist das wirklich gar nicht so scheiße. Ja. Aber dann muss man halt auch den Weißabgleich runterziehen beziehungsweise anpassen auf den Wert, den man haben möchte. Dann denkt man sich so, ja, hey, cool, dann hast du einen Wert, den du immer gleich nehmen kannst. Könnte man, aber die Software zeigt dir halt keine Zahlen an, sondern hat einfach nur so einen scheiß Schieberregler. Ja. Okay, kein Problem. Du arbeitest ja mit einem Greenscreen. Das wird schon kein Problem geben. Du startest den PC das nächste Mal neu und der Regler steht auf Null. Und du musst jedes Mal in diese scheiß Settings rein. und das Ding wieder neu einstellen. Jedes Mal, Chad, jedes Mal, wenn du ein Streamer gemacht hast. Es ist das absolut allerletzte Drecksprodukt, was es gibt. Ist so. Und dann googelst du nach diesem Problem und du findest einen Eintrag von 2008 oder sowas, bei dem im Helpdesk, wie dann ein Admin von denen schreibt, so von wegen, ja, du musst die Software einfach nur mit Administratorenrechten starten. Ja, die Kamerasoftware starte ich mit Administratorenrechten. Was? Natürlich funktioniert das nicht. Also, selbst wenn man die Logitech-Software mit Admin-Rechten starten würde, wäre dieses Problem in OBS oder in einer anderen Software halt immer noch drin. Ja. So, ne? Es ist ja ein sehr spezielles Problem. Also, die Logitech 29 hat mir viel Freude gemacht, aber auch deutlich mehr Probleme und Stress und unnötigen Stress, ne? Ach. Ich hab sie verhasst. Ich hab seitdem jede Logitech-Kamera gehabt. Bis heute. Ich hab mir jede Kamera gekauft. Die Brio, die Streamcam, die Streamcam ist auch kaputt. Ich hab nichts damit gemacht. Nach anderthalb Jahren war die halt auch defekt. Die Brio ist echt ne schöne Kamera. Tut mir leid, aber bei mir ist es verboten, die im Chat zu erwähnen, weil ich so ein Trauma davon getragen habe. Das geht gar nicht. Das ist einfach... Ich hab die auch irgendwann weggeschmissen. Ja. Ich versteh dich. Ich hab auch gar keine mehr zu Hause davon. Die Letzte hat beim Umzug das Haus verlassen. Und es wird auch nie wieder hier eine herkommen. Nie wieder. Okay. Also vorher kaufe ich mir... Vorher kaufe ich mir wirklich ne neue Sony und nen scheiß Cam Link, bevor ich mir so ein Drecksding nochmal irgendwo hindenke. Nee. Kannst du fangen, dass du gar keinen Bock drauf hast. Hattest du mit dem Cam Link mal Probleme, dass der nicht funktioniert hat? Ja. Also ich mag ja Elgato-Produkte. Mag ich wirklich. Und auch der Cam Link Pro scheint wirklich ein sehr gutes Produkt zu sein. Also der Cam Link. Also ich hab ein Cam Link für mein Dings gehabt früher. Für meinen Racing Rig, wo die Kamera dran hängt. Und jedes verfluchte Scheiß mal, wenn ich meinen Rechner gestaltet habe und die Kamera angemacht hab, ging der Cam Link nicht. Jedes Mal. Und dann musst du das abziehen vom USB und ihn wieder ranstecken und dann geht's. Der Witz an der ganzen Sache ist, das passiert, wenn du zu viel Spannung auf deinem USB-Ausgang hast. Okay. So. Da kommt die Hardware nicht mit klar, meinst du? Da kommt die Hardware nicht mit klar. Aber wenn du es rausziehst und das Bild reinkommt, sagt wohl, ist die Theorie, sagt wohl der Cam Link dem USB, wie viel Spannung der braucht. Aber das kriegen die vorher nicht auf die Reihe. Okay, also so eine Art Handshake-Problem. Alter Vater. Und in meiner Küche benutze ich davon zwei Cam Link und da funktionieren die einwandfrei. Machst die GoPro an, alles da. Instant. Hier. Thema GoPro haben wir gestern auch schon kurz angerissen. Ich hab zwei Cam Links, den Cam Link 4K und den ersten, die allerersten. Und der erste, am Anfang alles toll. Und dann irgendwann sporadisch schwarze Bild. Ich denk so, was ist da los? Und dann abgeklemmt, neu dran gemacht, dies, das. Und das Ding ging halt einfach nicht. So, und am nächsten Tag, wie, ne, nichts dran gemacht, geht wieder. Kein Problem. Okay, dann das nächste Mal. Ich bin umgezogen, wollte mit dem Notebook irgendwie was streamen. Ein älteres Notebook, also nicht das neueste halt irgendwie, aber darüber hätte man ja ein HDMI-Feed reinkriegen können. Ja, es hat anderthalb Stunden gedauert und es kam kein Bild darüber rein. Also, ich mag das Produkt auch sehr gerne. Auch wenn es jetzt mittlerweile sehr viele so China-Kopien davon gibt, die man ja für, ich glaube, 12 Euro war, glaube ich, der günstigste Preis, für den ich es mal gesehen habe. Du kannst ja aber die Bildqualität echt nicht vergleichen. Also, wenn man die im direkten, also ich hab ja einen hier, auch so einen 12-Euro-Teil. In der Bildqualität macht Elgato da einfach einen besseren Job, auch mit den Farbprofilen so. Die sehen, diese China-Dinger, die sehen halt völlig ausgewaschen aus und völlig überzeichnete Farben. Und das ist jetzt kein Unterschied, wie, also die China-Dinger sehen wirklich scheiße aus dagegen. You get what you pay for, also in dem Fall. Aber das Teil von Elgato, den ersten, den ich hatte, da hatte ich auch mehr Probleme, als dass es halt reibungslos lief. Und ich verstehe, dass das halt wahrscheinlich, wie bei dir auch ein USB-Problem ist, dass es an dem Gerät hängt, an dem du es angeschlossen hast. Aber dann sind wir halt auch wieder bei dem, es ist kein, du staltest es ein, es läuft sofort alles, sondern so, ja, es kann sein, dass du was abziehen und ranstecken musst. Und da will ich halt auch nicht hin. Ey, jetzt hab ich das Problem nicht mehr. Ja. Aber in der Küche funktioniert ja wunderbar. Ja. Ich hab hier, warte, ich hab hier noch ne, 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 Mage-Rail, ähm, ne, nicht Mage-Rail, wie heißt die, äh, Avermedia Live, ähm, Extreme, LGX. LGX, ja. Genau dieselbe Scheiße. Genau dieselbe Scheiße in grün. Machst die Kamera an, geht nicht. USB rein, USB raus, äh, ne, USB raus, rein, funktioniert. Ey, jedes Mal, ohne Scheiß, ey, da kriegst du so eine Krawatte. So eine Krawatte kriegst du da. Die LGX hab ich auch jahrelang benutzt oder so anderthalb, zwei Jahre lang benutzt oder sowas, also einen recht langen Zeitraum. Ja. Und an einem Tag, ähm, die hat ja, die hat ja so ne LED vorne dran, ne, die kann blau leuchten, rot und grün. Ja. Und an einem Tag, und ich glaube, rot ist Fehler, ich bin nicht ganz sicher, weil das auch so ne... Nee, rot heißt, ist nix da. Rot ist, ja, weißt du, irgendwas leuchtet hier in der falschen Farbe an einem Tag. Nichts verstellt, nichts geändert, nichts gemacht, das Gerät stromlos geschaltet, USB wieder dran, halbe Stunde liegen lassen, wieder alles angeschlossen, schwarze Bild, tot, geht nicht. Nächsten Tag, geht. Keine Ahnung, da steckst du nicht drin. Da denkst du halt auch so, ja, da hat irgendein Kondensator noch Strom und der muss erst mal leer sein oder irgendwie sowas. Nein, es geht halt einfach nicht. So, ne, und also so gern ich solche, diese typischen Consumer-Produkte halt auch habe. Und das ist auch egal, über welchen Hersteller wir dann halt irgendwie sprechen, ne. Ja. Das ist alles cool für, du hast mal eben so ein bisschen Bock, was zu machen und du willst mal ein bisschen live sein, du willst ein bisschen was recorden und sowas, das funktioniert auch alles. Ja. Und die Hersteller packen dir noch einen Riesenhaufen Software drauf, den man eigentlich nicht braucht, Ja. Aber nichts nimmt dir halt wirklich im Semiprofessionellen oder jetzt ja auch im Fulltime-Streaming-Bereich halt eben diese Last ab, dass du für diese Capture-Card, wenn du sie brauchst, einmal irgendwie ein bisschen Geld in die Hand nimmst. Ob das jetzt eben dieses, wenn wir jetzt bei Elgato bleiben, den Cam Link Pro ist beispielsweise oder halt eben so Sachen wie Blackmagic, Vision Dimension, ach ne, Vision Dimension war der Shop, ne, richtig. Magewill. Datapass, wollte ich sagen. Magewill, Datapass, das sind halt so Dinge, aber die kosten halt auch ein Schweinegeld. Nuki, seine Capture-Card damals, über 2000 Geld. Ja, ich weiß. Hab ich auch gemacht. Ihr seid, das ist schon ein bisschen crazy. Das war so die große Mal, wo ich mir gedacht hab, so, selbst wenn ich's... Nein. Einfach nein. Also meine Capture-Karten kosten mehr als mein Rechner. Also heute noch und da ist ein Threat-Ripper drin. Ja. Ja. Aber das war halt, äh, also bei mir ist das halt einfach so, wenn irgendwas nicht geht, ne, also jetzt, sagen wir einfach mal, der Cam Link, der geht nicht, der wird ersetzt. Da gibt's gar keine Diskussion. Das funktioniert nicht von Haus aus, das wird ersetzt. Also, komm weg. Da sind wir, da sprechen wir die gleiche Sprache. Also da fummel ich auch nicht ewig dran rum. Wenn ich vermute, da ist irgendwas kaputt oder es ist kaputt, dann ersetzen. Weil, wenn du das privat machst, dann würde ich das verstehen. Ja, genau. Da fuhlt man hier rum, da macht man da rum, so, ne. Aber, äh, jetzt hier so im, du bist jeden Tag ein paar Stunden live. Das muss halt funktionieren. Fertig. Easy. Aber, äh, zurück zu den Kameras. Also, Logitech C920. Ja. Danach, bitte. Äh, Sony Alpha 5900. Ja, hatte ich auch. Kit-Objektiv, natürlich. Kit-Objektiv, Logi, na klar, wissen wir alle. Ja. Äh, nee, zwischendurch, oh, zwischendurch hatte ich noch, äh, Canon Legria X. Die hab ich auch noch. Die Canon Legria Mini X, die steht sogar noch da vorne. Die kannst du verkaufen, da kriegst du so viel Geld für. Mhm. Da kriegst du so viel. Ja, noch mehr. Noch mehr. Kriegst du noch mehr Geld für. Ja, die hatte ich zwischendurch nochmal. Und dann bin ich auf, äh, Sony 5100 gegangen. Mit Kit-Objektiv, ja. Ja, und dann später wahrscheinlich ein anderes Objektiv. Und auf dem Stand bin ich jetzt gerade, dass ich hier ein, ähm, dickeres Objektiv drauf habe, das sozusagen auch ein bisschen lichtstärker ist. Aber das ist halt deine Domäne, da haben wir uns ja auch im Vorwärtsschirm drüber enthalten. Fotografie machst du ja auch noch, ähm, in Anführungszeichen als Hobby. Ja. Noch nebenbei, aber auf einem etwas anderen Level. Ähm. Was für eine Kamera hast du jetzt gerade, weil ich weiß, dass du dann später auch nochmal so ein Kickstarter-Ding hattest, die Z1 oder so. Ja, genau, die Z-Camp. Die hab ich immer noch. Die würde ich auch heute noch benutzen. Die hat ein ultrascharfes Bild, aber die hat keinen Autofokus. Die hat keinen Autofokus. Boah, das macht mich wahnsinnig. Kamera so und Autofokus wäre ich wahnsinnig. Ist genau so ein Ding wieder, also da würde, ich werde sehr oft, genau, genau deswegen. Hier, willst du irgendwas zeigen? Zeigen und fertig. Naja, also die Z1 hatte ich zwischendurch, superschönes Bild, aber ey, jedes Mal den Fokus hinsetzen über eine App und den Fokus einstellen. Ey, nee, da bin ich raus, da krieg ich die Motten. Scheißegal, wie teuer das ist. Sag ich so, weg, Scheiße muss weg, raus. Aber nur eben kurz für den Kontext. Also diese Sony-Camps, über die wir gesprochen haben, die kennt jeder, ne? Also das ist quasi so eine kleine Sony-Alpha-Einsteiger-Camp, wenn man so will, auf der man schon ein anderes Wechselobjektiv drauf machen kann. Die USB-Webcams kennt auch jeder. Da gibt es welche von Logitech und noch von ein paar anderen Marken. Und diese Z1 ist quasi so eine Art Kickstarter-Projekt gewesen von einer Firma, die sich damit auskennt, aber glaube ich auch nur zwei solche speziellen kleinen USB-Camps gemacht hat. Ist ja USB, ne? Äh, nee, HDMI. Also nee, ist wie GoPro. Also es ist wirklich wie eine GoPro. Du kannst damit losgehen mit, äh, ähm, warte, ich hol kurz. Ich fand diese, ich fand diese Cam damals auch ultra spannend, aber die wurde halt nicht mehr neu hergestellt. Man hätte sie nur noch irgendwie gebraucht kaufen können und das finde ich dann so für den, für den Bereich immer ein bisschen, ein bisschen schwierig so, ne? Weil man sie halt nicht mehr neu kauft. Ja, ja, genau, genau so ein Teil, genau so ein Teil. Und da hast du dann so einen Killer vorne drauf von, von Objektiv. Ja. Weil das halt eben das Mount halt hat, ne? Klar. Das ist so dumm. Das Ding ist einfach nur dumm eigentlich. Also wenn man das so im Nachgang sich überlegt, ist es dumm. Aber so zum Stream war die mega geil. Hätte die, also ohne Scheiß, hätte das Ding Autofokus gehabt, wäre das die krasseste Kamera gewesen, die ich je besessen hatte. Ja. Weil jetzt hab ich... Welchen Preis hast du die damals gekauft? Äh, 400 Euro. Ohne Objektiv. 400 Euro ohne Objektiv. Das klingt jetzt so, wenn man mit Streamen anfängt, dann klingt das erstmal so wie, boah, Alter, eine Kamera für 400 Euro. Aber wenn man sich mal so ein bisschen so die Bildgeber anschaut, die Videogeräte oder Kameras anschaut, so, das heißt 400 Euro eigentlich, also... Dafür kriegst du so eine Sony 5100. Ja, die kriegst du auch jetzt für 200 gebraucht bei Rebuy oder Ebay oder sowas, ne? Aber das ist halt nochmal eine etwas andere Hausnummer. Das ist so das Zwischending zwischen so einer richtig fetten Spiegelreflex, die du hinstellst und per HDMI anschließt und eben den kleineren Versionen, ne? Das ist schon schön. Ja. Aber das ist doch jetzt quasi eine Kamera, die eigentlich dafür prädestiniert ist, zum Beispiel was Spezielles zu filmen, was sich nicht viel bewegt. Also, du bastelst was und fokussierst einfach nur die Arbeitsfläche. Genau. Dafür ist sie mega. Hat ein sehr gutes Bild. Also, wenn du, sag ich mal, im unendlichen Bereich bist und dich jedes Mal fokussieren musst, ist das Spitze, das Teil. Also, wirklich. Aber hat leider keinen Autofokus. Ja. Ja. Ich hab, wo du die Ligera gerade erwähnst, die steht hier hinten auch auf einem Objektiv. Ich hab gestern ja wieder ein bisschen Ringfit gemacht und vorher hatte ich diese typische Outdoor-Kamera dran gehabt, die Sony XDR, schlag mich tot, 3000 oder sowas. Die Canon hat für den Innenbereich viel bessere Mikrofone. Supergeil. Ja, deswegen wollen die die ja alle haben. Ja. Ja, damals halt auch, ne? Ja. Und wusstest du, dass sie sogar hier ein kleines Gimbal hat, einen kleinen Bildstabilisator hat? Ja. Ich hab das am Anfang gar nicht gecheckt. Der macht natürlich nicht viel, weil der ist eigentlich relativ scheiße und auch nur, wenn man sie nicht gesoomt hat oder sowas, ne? Aber ein schönes Teil eigentlich. Und halt auch ein HDMI-Anschluss. Meine hat leider auch da einen kleinen Wackelkontakt. Also, ich kann die jetzt nicht mehr so als Handkamera so nebenbei zum Zeigen, was sie da benutzen. Und eben dieses ultra krasse Fisheye-Objektiv, was da vorne drauf ist, ne? Das ist richtig krass, ja. Das stimmt. Also, ich liebe die. Die wird immer in meinen Decken kämen bleiben. Immer. Ich vergesse sie sehr oft, aber die hat schon viele Jahre... Alter, die hat so viel Laufzeit. Ohne Scheiß. Sie ist jeden Tag so lange an, wie ich hier sitze. Darüber haben wir uns vor ein paar Wochen mal in meinem Chat unterhalten, weil da hatte ich mit einem Akkudummy von der 5800 so ein bisschen Probleme. Da haben wir mal so grob hochgerechnet, wie alt diese Kamera eigentlich ist und wie viele Betriebsstunden sie in etwa halt hat, ne? Also, jeder Fotograf wird halt sagen, Digga, das Ding ist gar nicht dafür ausgelegt. Also, das könnte jetzt zu Staub zerfallen und du hättest immer noch absolut einen Plus gemacht, ne? Ja, meine 5100, die war auch sehr viele Stunden im Betrieb. Aber mittlerweile sitze ich vorne 6400 und hab nen 16mm Sigma drauf. Aber auch nur, weil ich zu faul bin, die hier da ran zu machen, weil ich hab da eine A7 III mit nem 24mm G-Master dran, aber da hab ich Angst davor, die im Dauerbetrieb zu haben. Das mach ich. Also, so weit Monte bin ich noch nicht, aber wenn ich irgendwann, also wirklich, wenn ich irgendwann an dem Punkt bin, wo mir das scheißegal ist, dann zimmere ich mir da auch so Dinge. Wobei die 6400 auch schon nicht mehr so weit davon entfernt ist. Sie hat auch tausend Schleifen gekostet. Ich finde, gerade auch beim Thema Bildqualität, ich weiß, du stehst nicht so auf AI oder irgendwie künstlich nachberechnet oder sowas, aber wenn du dir anguckst, was so theoretisch die NVIDIA Broadcaster Software jetzt schon leisten kann, so mit Hintergrund rausschneiden, was immer noch nicht gut funktioniert, aber schon deutlich besser und auch mit dem Hintergrund unscharf machen, wenn so Teile maskiert werden oder sowas, das ist schon echt krass. Und gerade auch beim Thema Bildqualität, die USB-Webcams, die jetzt so die letzten Monate auf den Markt gekommen sind oder sowas, die machen schon teilweise einen besseren Job, aber es ist halt immer noch ein Sprung zu einer Kamera mit einem richtig fetten Objektiv, wo du auch einen viel größeren Sensor hinter hast, so mit Einstellmöglichkeiten. Aber wenn ein Anbieter da was bringen würde, ich garantiere dir, also ich würde behaupten, dann springen wirklich viele auf diesen Zug auf, weil sie halt eben keinen Bock haben auf, ich brauche eine Capture-Card, ich muss die Scheiße einstellen, ich will nur ein USB-Gerät haben, was ich anschließen muss und alles ist cool. Ah, ich muss das einstellen. Manga, du willst nicht wissen, wie Leute ihre Kameras einstellen. Ich habe so viele Sony-Kameras in der Hand gehabt, also da wird dir schlecht. Da wird dir schlecht. Da kommt dann sowas wie ein Sechzigstel und du denkst dir so, du schickst doch aber 50 Bilder raus, wie soll das denn funktionieren? Das geht doch gar nicht. Oder hinten flackern die LEDs und so eine Scheiße und oh, nee. Ja, Moment, Moment, Beleuchtung. Ich habe mir extra von Yeelight diese RGB-Leuchten geholt, die man halt auch steuern kann und programmieren kann etc. und so weiter und so fort. Lief auch alles, haben nicht geflackert, stand ja auch, also wurde im Internet besprochen, dass die dafür geeignet sind und dass die funktionieren und sowas. Kommt ein Firmware-Update, die Dinger flackern. Flicker-free! Super. Aber jetzt hast du wieder ein Firmware-Update drauf, oder was? Nee, das ist jetzt was anderes. Also jetzt sind hier im Hintergrund zwei Strahler, die quasi auch die richtige Frequenz haben. Die habe ich einmal programmiert, die steuere ich jetzt auch nicht an oder sowas. Die habe ich einmal programmiert, dass die so ein bisschen Lichtwechsel machen. Das reicht mir schon. Bei dir ist ja, glaube ich, eingestellt, dass wenn Subs oder Resubs kommen, glaube ich, dann beenden die ein bisschen, ne? Ja. Ja. Wollte ich früher auch unbedingt haben, dann wusste ich, wie es geht und dann habe ich mir gedacht so, ach ja, warum? Ich finde es ein nettes Gaming. Auf jeden Fall, ja. Also es ist halt visuell auch eine Cue für dich so als Streamer. Ich muss nächste Woche unbedingt wechseln, weil mein, du bist hier und da ist die Kamera. Ich gucke dich immer nicht an, das ärgert mich ein bisschen. Das müssen wir nächste Woche optimieren, halt. Sheet-Kram. Hey, Vivi, aber auch wirklich durch alle, also wirklich durch die Bank weg, kannst du dich halt stundenlang darüber unterhalten. Und wir sind nirgendwo richtig reingedivt, so. This is true, ja. Was haben wir denn, was haben wir denn, pass mal auf, pass mal auf, wir haben am Anfang über die Computer gesprochen. Wir sind ein bisschen über Mikrofone, Mischpulte, Audio-Gedöns gestolpert. Jetzt haben wir ganz kurz die Kameras angeditscht und über Licht haben wir nicht so richtig viel gesprochen. Eigentlich gar nicht so, ne? Ne. Was fehlt denn jetzt noch? Was jetzt noch fehlt? Ja, so das Typische zum Thema Streaming, ich überlege gerade schon. Ja, Konsolen, Capture, Gedöns, weißt du, ich glaube, ich glaube so diese Nuance, die wir nachher kriegen, ist, wenn wir so richtig in das Thema reindiven. Also so Sound und dann ganz spezifisch werden. So diese ganzen kleinen Kniffe wie FX-Send oder Kompressor und solche Dinger. Da kannst du mir stundenlang Sachen erzählen, das weißt du, ne? Warum? Ich bin ein großer Freund von Einstellen, aber wenn es dann bei mir läuft, dann reicht mir das, ne? Ich mach du, ich auch nicht. Wenn das einmal läuft, dann bleibt das so. Ach man, die ganzen Baukästen, die wir alle schon ausprobiert haben. Also, wollen wir vielleicht das erste Thema, was wir uns eigentlich überlegt haben, wollen wir das kurz mal teasern für nächste Woche? Hau raus. Wir haben über viele Themen gesprochen, ich weiß gerade nicht, was du meinst. Naja, der unsterbliche Krieg, der Krieg in der zweiten Folge, den wir eingehen werden, ist Single-PC und Dual-PC. Okay. Wir beginnen einen Krieg, aber einen fairen Krieg. Wir respektieren jeweils den anderen, aber wir ziehen in die Schlacht. Wir ziehen in die Schlacht, ob der Single-PC den Dual-PC schlagen kann. Und das wollen wir nächste Woche machen. Ich... Okay. Ja. Können wir mal? Du glaubst gar nicht, wie viele Vorteile es hat, nur noch einen PC zu haben. Ja. Und natürlich hast du recht, dass die Performance-Seite und die, du kannst mal eben alles neu starten-Seite, das sind alles riesengroße Nachteile, die ich alle schon kennengelernt habe die letzten Wochen. Da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich schon wirklich. Es wird großartig. Ich freue mich. Das wird ein richtiges Festival. Aber trotzdem, Leute, das habe ich nämlich mit Alex auch immer, das hat Alex auch erwähnt und da bin ich auch, bin ich der Meinung. Also auch wenn es hier vielleicht irgendwann mal heiß hergeht, wir haben uns beide darauf geeinigt, wir treffen uns immer auf einer Ebene, nicht von oben herab. Und das gilt für euch natürlich auch. Ihr könnt da mit einsteigen und diskutieren. Das ist hier definitiv nicht die allgemeine Lösung, wie es richtig ist oder so muss es sein, sondern wir teilen mit euch unsere Erfahrungen und haben einfach Spaß bei dem Thema Hardware. So wie heute zum Beispiel. Ja. In Nostalgie schwelgen und drei Stunden lang nur über Sachen reden, die früher mal toll waren und jetzt scheiße geworden sind. Ich meine, wir haben uns jetzt wirklich zwei Stunden nur über Oberflächen unterhalten. Wir sind noch nicht mal richtig reingegangen. Ich würde eigentlich sagen, so als Segment, vielleicht heute ein kurzes Segment, aber wollen wir vielleicht noch die ein oder andere Zuschauerfrage mit aufnehmen? Ja, gerne. Wenn Fragen aus dem Zuschauerbereich da sind, aus deinem Chat, aus meinem Chat, dann Vollgas. Falls wir es da sind. Und bis es soweit ist, haben wir ja, also, ich finde das immer cool, wenn ich mal dir rüber gucke und es blinkt gerade so im Hintergrund. Ja, ich finde das gut. Ich finde das gut. Aber du lässt das so bei Philips Hue laufen? Das ist Hue und die Software dazu heißt Lumina. Kennst du den Lightbot? Nee. Okay. Ja, ich kenne ihn. Also, das war jetzt nur eine Frage. Ich hätte es gut gefunden, wenn du sie jetzt kennst und hätte ich jetzt eine Nachfrage gehabt. Aber ich hatte nur mal, also Lumina habe ich schon mal gehört. Lightbot hatte mir auch immer jemand erzählt, das wäre total einfach und bla und dies, das. Aber im Prinzip ist es ja auch ganz einfach. Ja, ist nicht schwer. Also, das ist mittlerweile für Dummies geworden. Ja. Könnt ihr mal Mix testen? Du meinst V-Mix? Nee, so, äh, das Auna, Rodel oder, oder, oder. Ich habe keine Mikrofone hier. Ich kann da nichts testen. Same. Da müsst ihr vielleicht mal Ranzrate fragen. Der kennt sich mit Mikrofone sehr gut. Zum Thema Hardware, die man, die man halt nicht hat. Also, wir sind, also ich bin jetzt nicht in der Situation, dass ich irgendeinen Hersteller anschreibe und sage so, hey, gib mal Mikro oder gib mal Hardware. Wir testen die und ich mache Video oder ich zeige die bei mir im Stream. Das wird nicht klappen. Aber zum Thema Mikrofone testen gibt es wirklich sehr, sehr gute YouTube-Channel, wie zum Beispiel Podcaster Stage, der, die, der jedes Mikrofon komplett auseinander nimmt und da irgendwie 20, 30, 40 Minuten teilweise drüber redet. Ähm, die bespricht aus verschiedenen Distanzen, äh, mit verschiedenen Instrumenten, ähm, aus, äh, und dann auch sein Fazit dazu zieht. Der kommt halt aus diesem Bereich und der kann viel mehr dazu sagen, als egal welcher Streamer, selbst Ranzrate. Stefan ist echt ein Nerd, was das angeht, aber, ähm, jemand, der aus diesem, aus diesem Bereich kommt und da, äh, da sein Leben lang drin gearbeitet hat, der kann halt einfach viel mehr in die Tiefe gehen. Und gerade zu dem Auna-Mikrofon gibt es, glaube ich, eine Million Videos, die einem die Vor- und Nachteile dann schön aufzählen. Wie war der Name von demjenigen? Channel? Ähm, Podcaster Stage oder Podcast Stage. Ich verwechsel das immer, ob es mit Air dabei ist. Ja. Das ist aber auch immer eine, also wenn man, wenn man, egal nach welchem Mikrofon man sucht, gefühlt, äh, äh, der, der wird immer in den, in den, in den Top, äh, ähm, Erwinnungen verlinkt. Also, der ist immer ganz oben. Ich hab hier eine Frage. CPU oder GPU Encoding? Da würde, die Antwort darauf, die Antwort darauf wäre, schalte doch nächste Woche ein, wenn's um Single-PC und Dual-PC geht. Die Antwort, die kurze Antwort wäre, it depends. It depends. Also, ich, ich weiß natürlich, dass gerade die, äh, die AMD-Nutzer natürlich stark darauf pochen und sagen so, hey, unsere CPUs können das und wir können alles gleichzeitig machen. Und das stimmt auch. Und das hängt natürlich immer ein bisschen auch davon ab, was für, was für Spiele man dann halt irgendwie so zockt so, ne? Also, jemand, der nur League of Legends spielt, der braucht weder eine dicke AMD-CPU noch eine Grafikkarte zum Encoden oder sowas, ne? Aber die NVIDIA macht beim Encoding einfach einen so unfassbar guten Job mittlerweile. Und das machen sie seit der 10er-Generation und das ist jedes Mal, aber da reden wir nächstes Mal drüber. Ja, ja. Da können wir ein bisschen eindiven. Da können wir richtig reindiven. Mein Mann, da schreibt schon wieder so ein, so ein unerfahrener, äh, so ein unerfahrener Streamer. Aber das sag ich jetzt nicht von oben herab, den kenn ich, ich will den nur dissen. Also nicht, dass das irgendjemand falsch versteht. Frage, warum macht gefühlt jetzt jeder YouTuber und Streamer einen Podcast? Weil man damit reich und berühmt wird, ja? Ja. Wie ist dieser Podcast, den wir verstoßen wollten, irgendwie irgendwas mit Hack und Mischhack und so? Keine Ahnung, ich kann mir das nicht merken. Das ist ja auch ein total unsympathischer Typ, der das macht, ne? Ja. Also, bevor Podcasten cool war, möchte ich mal ganz kurz einwerfen, dass es da den Plankenschnack gab. So. Und jetzt kommt ihr. Bevor Podcasten cool war, war der Plankenschnack da. So. Vor vielen Jahren. Vor sehr vielen Jahren, ja. Vor vielen, vielen Jahren. Ich war sogar mal Gast bei dem, bei dem, bei dem Schnack. Das stimmt, ja. Aber eins muss ich, also um das wirklich mal aufzugreifen, mir hat das gefehlt. Also das geht übrigens nicht von Schimpanse aus. Also wenn du irgendwen dissen willst, kannst du das, äh, kannst du das gerne bei mir machen. Also ich hab halt wirklich, also, ähm, Freunde von mir und ich, wir hatten den, äh, den Schnack damals, äh, der war vier Jahre, äh, lief der, damit haben wir 2014 haben wir angefangen. Also bevor Podcasten und Videocast cool war. Und mir hat das gefehlt. Und ich wollte unbedingt etwas machen, womit ich Menschen was Gutes mitgeben kann. Und, äh, da Hardware-Wissen, äh, da, da ich sehr viel Hardware-Wissen habe, glaube ich, so ein bisschen was Streaming angehen, da ist mir Alex eingefallen. Und ich wollte unbedingt mit Alex einfach mal so wie heute hier sitzen und ein bisschen philosophieren darüber. Und wenn's Spaß macht, machen wir sogar noch eine zweite Folge. Richtig, das hängt natürlich jetzt, das hängt natürlich davon ab, wie viel Geld wir heute verdienen und ob Gerold Steiner nur endlich einsteigt und diese, äh, Sendung hier, äh, sponsoren möchte. Ich hab noch keine Mail bekommen, du? Ich, ich auch nicht. Also es könnte eventuell sein, dass die zweite Folge auch gleich wieder hops geht dann und gar nicht stattfindet. Schwierig, schwierig. Ja. Also, um das mal eben ganz, ganz realistisch zu beantworten, ich glaube, ähm, ich glaube, das Podcast-Ring ist genauso wie, ähm, wie viele andere Trends halt auch, ne? Ähm, auf einmal merkt man, dass, dass da noch ein gewisser, äh, Bedarf da ist, den man, den man, äh, über den man sprechen will und wenn man Spaß dran hat, dann macht man das und wenn nicht, dann nicht, ne? Warum gab's vorher viele Commentaries und heutzutage eigentlich nicht mehr? Warum machen jetzt alle React-Videos, ne? Ich hab, oh, 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 React-Videos ist ein doofes Beispiel, weil, äh, anscheinend sind React-Videos eine der, je nach Thema natürlich, ähm, best zu monetarisierenden, äh, Content-Dinge, die man zurzeit auf YouTube haben kann. Ja. Und das hat mich wirklich sehr überrascht. Ist so. Ich hab gehört, wir reagieren hier auch in der dritten Folge auf irgendwas. Auf jeden Fall. Wir haben schon so einen Overlay, hab ich gesehen, ne? Da klappen wir so zur Seite so weg, so. Ja. 3D-Style. Da müssen wir aber erst die Plugins darüber sprechen. Ja, genau. Und dann kommt quasi, äh, das kommt dann in der Mitte, ja. Habe ich auch gehört. Ja, das wird toll. Also, äh, da seh ich uns auch drinnen. User-Setups? Ey, das können wir wirklich irgendwann mal machen. Oh, ja. Ey, sowas, sowas wie das User-Setup der Woche. Und dann picken wir uns einfach so die ersten 10 raus und dann machen wir User-Setups der Woche. Da seh ich uns. Das wird so eine Rubrik in diesem Podcast. Das seh, da seh ich uns. Ich hätte Bock. Okay, warte. Also, ich... Ich schreib das auf. Ich schreib das auf. Hier. Hardcast. Das, das, das machen wir. User-Setup der Woche. Ab der vierten Folge haben wir dann einen eigenen Pool, oder wie? Da seh ich uns. User-Setups der Woche. Da, da seh ich uns. Geil, ey. Und der Gewinner bekommt ein 10,920. Na, bestimmt. Mindestens. Das ist das neue Line des Tag-Tips, von denen alle reden. Ich weiß nicht, was die machen. Ey, ohne Scheiß, bei mir war das... Ich hatte das dringende Bedürfnis, mit irgendwem über Hardware zu reden. Und mir ist keiner eingefallen, der so Hardware-affin ist wie Alex. Nicht mal Stay. Und da wird ja schon gesagt, das ist ja die Legende unter den Hardware-affinen. Ich muss dazu aber auch ganz klar sagen, das hab ich dir auch von vornherein gesagt, ich seh mich nicht als Hardware-erfahrenen Pro. Und deshalb kann ich halt auch nur das wiedergeben, womit ich meine Erfahrung gemacht habe. Und wenn ich was nicht weiß, dann sag ich das auch. Das war auch für mich, ehrlich gesagt, ein Lernprozess die letzten Jahre. Als ich mit YouTube angefangen hab, wusste ich alles, was mit Hardware zu tun hat. Und wenn mir einer ein Kontra gegeben hat, dann hattet ihr grundsätzlich Unrecht. Und ich hab auch erst so mich ein bisschen weiterentwickeln müssen, um zu verstehen, nein, du weißt nicht alles, wie man SCSI-Geräte anschließt. Weißt du, was das ist, weißt du. Aber warum das so ist, weißt du nicht. Und das ist auch völlig okay. Genau. So in der Richtung. Ja. Also ich hab grundsätzlich immer Spaß am Basteln oder am Rumbasteln. und ich hab auch gelernt, man kann vieles live machen, man muss aber nicht alles live machen. Und es muss einem auch nicht alles peinlich sein. Ich hab mal mit einer Firma zu tun gehabt, die mir gesagt haben, wir würden super gerne ein eigenes Live-Format haben, weil wir ja die Hardware haben. Wir sind ja ein Hersteller. Aber das wäre für uns sehr unangenehm, wenn live dann was schief geht. Ich so, ja, ich meine, ihr seid auch nur Menschen so. Ja, aber wir stehen halt für diese Firma. Und ich so, ja, okay. Ich mache auch nicht mehr alles on-stream. Ja, verstehe ich. Du bist auch sehr gut getriggert, wenn es dann um Kabel verlegen geht, glaube ich, war das, ne? Also wenn mir noch einer sagt, dass das nicht alles an eine Steckdose soll, währenddessen in Sicherungskassen eine verfickte Sicherung drin ist, eine, dann wäre ich wild. Dann wäre ich wild. Also diese, also, brrrr, darf, also, brrrr. Wie viel Last läuft denn so über deine Steckdose? Wie viel? Kann ich dir sagen. Kann ich dir sagen. Wenn volle Pulle ist, äh, 1800 Watt. So. Dreieinhalbtausend sind so, sind so Standard, meine ich, ne? Ja. Genau. Ich hatte früher immer so das Problem mit einer alten Wohnung, dass die, ähm, wenn ich, wenn ich zu viele Sachen mit einem Kippschalter eingeschaltet habe, dass die, dass die, dass die Einschaltspannung halt einfach die Sicherung immer gekillt hat, so. Ja. Und das war mehrfach nicht so witzig. Hatte ich übrigens auch. Aber das hat mich so sehr getriggert, dass ich einfach nur OSV davor gehangen habe, die, äh, Überspannungsschutz hatte und dann war das Problem gelöst, so. Man muss nur wissen, wie man Probleme löst, so. Du weißt, dass ich früher einen PC auf dem Gästeklo stehen hatte, ne? Ne. Also, ich war damals immer sehr, ähm, 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 geräusch, ähm, verliebt. Also, ich fand's immer gut, wenn ich keine Geräusche von meinem PC gehört hab. Das war so so der Zeit vor der 780 und während der 780. Ja. Und dann hab ich, äh, in der Wohnung, da hatten wir eine abgehangene Decke. Über uns war nur noch ein Dachstuhl. Und dann hab ich mit dem Vermieter gesprochen, hab gesagt, und der sagte, ja, ist cool, wenn du das nachher wieder in den Stand setzt, hab ich da kein Problem mit. Hab ich ein Loch in die Decke gebohrt, bin mit den Kabeln über, über den Flur gegangen und dann wieder in die Gästetoilette runter. Und da da auch keine Steckdose in diesem Raum war, weil das war halt eine ganz kleine Gästetoilette, musste ich auch Strom mit drüberlegen. So, und, ähm, also die Kabelweite waren so knapp 15 Meter. Und das größte Problem war weder Audio noch Strom noch irgendwas anderes, sondern, ähm, USB. Und dann musste ich mit, ähm, mit aktiven USB-Repeatern arbeiten. Und das hat auch funktioniert, ähm, aber es kam dann immer mal vor, dass beim PC einschalten die Maus und Tastatur nicht gingen. Und dann wusste ich schon, ah, alles klar, okay, dann musst du halt nur die, äh, die USB-Verbindung einmal, einmal, äh, quasi rausziehen und wieder reinstecken, so, ne? War scheiße, aber, weißt du, was das lauteste in meinem Büro war? Die Netzteile von den Monitoren. Ja, jawohl. Die hast du gehört. Du hast dann so ein ganz leises, minimales Brummen so gehört, weil das waren ja noch ältere Geräte so, ne? Alter Schwede. Aber das war cool, weil der PC konnte Stress machen, wie er wollte. Der konnte wie eine Flugzeugturbine heulen. Da waren zwei, da waren, waren zwei Türen dazwischen und ein Flur. Ja. Also geil. Es gibt auch noch ein Video dazu. Bei YouTube. Mhm. Auf diesem YouTuber. USB-Verlängerung, ja. Kenn ich mich gut aus mit. Hattest du damit mal Probleme? Ja, wir unterhalten uns bestimmt mal in einem Podcast, in einer Folge nur über USB-Verlängerung. Das kann ich dir füllen, zwei Stunden, ist kein Problem. Ich bin sehr gespannt. Also ich hatte, ich hatte, jeder kennt diese normalen USB-Verlängerungen, wenn du deine Tastatur einen Meter weiterziehen willst, USB, Amazon Basic USB-Verlängerung, ja, Peanuts. Dann gibt es passive USB-Verlängerungen, die gehen, soweit ich weiß, bis fünf Meter. Ja. Und da kann es schon sein, dass es je nach Gerät nicht funktioniert. Ja. Wir reden immer noch über USB 2. Ja. Und dann gibt es aktive USB-Verlängerungen. Und die können eigentlich auch nicht mehr als fünf Meter, aber man kann sie, also laut eigener Recherche und laut eigenem Test, habe ich sie auf 15 Meter erweitert und theoretisch geht das. Aber nicht jedes Gerät. Wenn das zu viel Strom braucht, geht das auch nicht. Aber das, ja, okay, okay, du bist da tiefer in der Materie. Ich verstehe. Nee, 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 also ich bejahre das, ich bin, das ist mein USB-Gesicht. Also ich veräpple dich nicht, das ist mein USB-Gesicht so. Das ist mein USB-Gesicht. Ja. Äh, sehr schön. Wisst ihr, was die geilste Scheiße ist für USB? USB über Netzwerk. Das kannst du hunderte Meter ziehen. Ja. Ja. Seitdem ich das entdeckt habe, und ich sehe ohne Scheiß, Alex, ich habe mir letztes Jahr so einen Simric gekauft. Und dann saß ich in Berlin im Büro, und das war ja hinter mir. So, und in der Kamera sah es immer aus wie zwei Meter, aber ich musste halt einfach mal fünf Meter nach da hinten. Klar. Fünf Meter. Und das Kabel geht ja auch nicht direkt dahin, sondern, ne, sauber verlegt. Genau, willst du es ja auch ordentlich verlegen. Und dann fehlte halt immer so ein Zentimeter. Also so viel fehlte denn, dass das passt. Und damit es nicht scheiße aussieht. Alter, ich habe so viel USB-Verlängerung ausprobiert, du kannst die Scheiße nicht aussenken. Pass auf, jetzt kommt's. Meine Wheelbase hat mit der, eigentlichen USB-Verlängerung funktioniert, aber, also ich konnte damit fahren, und alles war wunderbar, aber ich konnte dann nicht in den Treiber rein. Dann habe ich mir extra, so richtig beschissen auf Ghetto, eine durchgezogen, die ich reingesteckt habe, nur, um in den Treiber zu kommen. Die lag dann nur, um in den Treiber zu kommen. Und die hing unterm Tisch, so richtig schön auf Spannung, weil die am Front-USB dran war, nur, um in den Treiber zu kommen. Eine andere Funktion hatte diese USB-Verlängerung nicht. Und irgendwann sagte ein Zuschauer zu mir, sag mal, Dizzy, hast du schon mal darüber nachgedacht, USB-Verlängerung über Netzwerk zu machen? Und dann hat mich der Blitz beim Scheißen getroffen, weil dann musste ich nämlich von der Ecke nach hinten rum und wieder zurück auf die andere Seite des Raums, um mein Mischpult anzuschließen. Weil ich hab ja dann irgendwann, war ich schlau und clever, hab mir gesagt, ja scheiße, wenn du schon für 900 Glocken Mischpult hast, dann benutzt das doch gar nicht. Und dann hab ich das über Netzwerk gemacht. Und die Scheiße hat von Anfang an funktioniert. Seitdem ich hierher gezogen bin, hab ich nicht eine einzige, verfickte USB-Verlängerung mehr, weil ich diese Scheiße nicht mehr haben kann. Wirklich nicht. Ich verstehe, das ist ein schönes Trigger-Thema. Gut zu wissen. Ob's nur ein Meter ist, Kamera funktioniert nicht. Und ob's zwei Meter sind, funktioniert nicht. Und dann rollst du so eine 100 Meter Kabeltrommel ab und dann steckst du eine 10920 ran. Aha, funktioniert. Hä, what the fuck? Was soll die Scheiße denn hier? Und ich habe auch jetzt, ich habe wirklich sehr viel Geld investiert an meinem Rig. Also ich habe bestimmt für 100 Euro USB-Hubs gekauft und das ist jetzt wirklich kein Witz. Ich habe für 100 Euro USB-Hubs gekauft ein 11er und ein 7er, wo ein eigenes Netzteil drin ist. Und das funktioniert einwand fucking frei. Und da geht nix mehr. Da stecken elf Geräte drin. Alle elf Geräte werden erkannt. Alle elf Geräte funktionieren wunderbar. Ich kaufe nie wieder so eine Scheiße und es würde auch nie wieder eine verfickte USB-Verlängerung geben. Nee. Nee, gibt's nicht mehr. Ich verstehe. Sehr gut. Ja. Nils. USB. Drecksding. Wir kennen es alle. Ja, klar, natürlich. Natürlich. Ich hatte mit einem System das Problem, dass irgendeine Art von Defekt vorlag und dann du warst live, du hast gestreamt. Ich glaube, das war sogar ein Stream-PC damals. Und dann hat man dieses USB-Disconnect-Geräusch gehört und alle USB-Geräte sind aus dem Gerätemensch herausgeflogen und zwei Sekunden später alle wieder da. Natürlich sind alle USB-Webcams eingefroren. USB-Mikrofone musstest du teilweise auch rein und wieder rausstecken und ich hab diesen Fehler halt nicht gefunden. Und das lag irgendwie, also dann am Ende war es wahrscheinlich am Mainboard oder sowas oder Spannungsversorgung, irgendein Bullshit halt, das Übliche. Und da hab ich mein USB-Trauma davon getragen. Deshalb, also wenn ich's kann, versuch ich's immer zu vermeiden. Und das ist mir dann auch egal, als ob man dann eine PCI-Karte braucht, um beispielsweise eine Soundcard zu haben, dass man da quasi per optischem Kabel reingeht, was ja immer noch super funktioniert. Aber Hauptsache kein USB. Nicht für solche permanenten Sachen. Nee, ich auch nicht mehr. Kann die Scheiße nicht mehr haben. Kommt hier nicht mehr in den Tisch. Kommt hier nicht mehr hin. Was meinst du, was das für ein Segen war? Ich hab das letztens zusammengebaut und dann steck ich diesen 11er ran und dann kannst du sogar alle noch so einzeln zuschalten. Weißt du, so richtig fancy. Und dann machst du alle an so und dann guckst du in dein Windows. Wow. Hier ist ja alles da. Also wirklich alles. Wow, das ist ja fancy, ey. Wie man sich das so vorstellt, ja, schön. Und es ist noch nicht einmal ausgefallen und das war so schön. Und dann hab ich so, ey, ich hab ohne Scheiß beim Bestellen, hab ich mir gedacht, Marga, du hast so viele USB-Hubs. Also wirklich, hier diese Dongle, wir kennen sie alle. Ne? Die von Amazon für 10 Euro. Denkste, reichte. Hatte, hab ich von der Oculus hab ich damals die Dinger auch verwendet. Oh Gott. Hatte, ich hatte USB drauf. Farning ist da halt auch. An Rick ist halt alles USB. Jim, alles. Also wirklich, da hängen so viele USB-Geräte dran, dass nicht mal der Computer reichen würde, um so viele USB-Geräte zu fassen. Geht nicht. Und die müssen da alle ran. Ich freu mich schon auf deine, auf die Sim-Racing-Geschichte, wenn wir uns das Setup mal ein bisschen genauer anschauen. Das machen wir sicherlich jetzt nicht in den nächsten ein, zwei Folgen, aber ich bin da interessiert. Ey, also ich bin, ich bin wirklich gewillt, ich bin gewillt, auch extra für euch eine Kamera zu machen oder wenn Jim auch was hat, dass wir auch mal rumgehen können. Ich glaube, das wäre eine coole Sache für euch, dass ihr die euch auch mal angucken könnt. Also können wir gerne mal machen. Klingt hervorragend. Wir wollten ursprünglich so zwei Stunden pro Folge füllen und wir könnten jetzt auch noch stundenlang weiterreden, aber wir haben die zwei Stunden gerade überschritten und ich finde das mit dem, das USB-Thema und das Antisand von dem Single-PC, Stream-PC, Nutzen sinnvoll, nicht sinnvoll. Was kostet so einen Spaß? Was hat man davon? Was hat man nicht davon? Ich finde, das ist schon eine super Überleitung für die nächste Folge. Ja. Jim, ich habe eine Frage, die auch im Chat gestellt wurde. Ja, bitte. Würdest du das Ganze irgendwo von dir noch mal zu sehen geben? Die Aufnahme jetzt hier? Ich weiß noch nicht, wo ich es genau hochlade, aber ich denke mal, das wird man hier als VOD erstmal noch auf Twitch natürlich finden, klar, und ich werde das später auch auf jeden Fall noch auf YouTube hochladen. Natürlich. Gut. Das ist auch meine Antwort. Bei YouTube könnt ihr Hardcast sehen. Schaltet doch nächste Woche am Mittwoch wieder ein, wenn sich Alex und Dizzy mal so richtig schön über Hardware unterhalten und ihr mal so richtig schön über Hardware-Porn dabei sein wollt. Alex? Soll ich für das nächste Mal so Bilder von der 3080 machen? Und du von deinem 5.950 X? Gott, Brudi, das wäre richtig geil. Ich glaube da werden aber da, oh man, da wird aber der Schlimmer heiß. Da fließen dann aber Tränen. Also, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche Mittwoch mit dem Thema Single-PC oder Dual-PC. Da diven wir mal richtig rein. Wir werden euch mal das Für und Wieder geben und den ganzen Kladderadatsch. Also ich glaube, wir diven da richtig rein in das Thema. Und Alex, ich danke dir für deine Zeit. Das war wirklich sehr, sehr schön heute. Ich danke dir für deine Zeit. Das war sehr angenehm. Sehr schön. Es war wirklich schön. Es war toll. Also ich hätte es mir nicht besser wünschen können. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Bis nächste Woche. Ich mache den Stream jetzt aus. Du bestimmt auch, oder? Ich mache den Stream jetzt auch sofort aus, ja. Ja, geil. Dann Ende im Gelände und bis morgen bei dir, deine Zuschauer und bis morgen bei mir. Tschüss. Deine Zuschauer. Leute, macht's gut. Es war ein Fest. Nächste Woche geht's weiter. Tschüss. Der Schuss, Alter. Deine Zuschauer. Na, ich meinte doch die, die jetzt hier zugucken, Mensch. Ja, ich gehe jetzt in die Endszene. Okay, ich habe keine Endszene. Okay, geht gleich los. Geht gleich los. So, jetzt hier so Jingle. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Untertitelung des ZDF für funk, 2017